Ich suche eigentlich nur noch das Intro und dann geht es sofort los. Wie du musst das noch suchen? Ach, ich dachte, du hast als Intro das Lied von Gator vorbereitet. Willkommen, willkommen beim Zahlensender und der Kategorie Zölonen Sender. Heute mit der Folge 66. Hallo, Phil. Willkommen, willkommen. Willkommen, willkommen, Mario. Halli, hallo. Und gute, gute Ben. Gut, dass du immer so spontan mit dabei bist, Mario. Es fehlt heute der Ben. Nein, Quatsch. Ach, alles von vorne. Es fehlt heute der Jan, denn einer muss ja immer fehlen. Aber es ist ein bisschen beeindruckend, mit welcher Zuverlässigkeit. Du jedes Mal den falschen Namen zeigst. Sag ich immer Ben und Jan falsch? Nee, irgendeinen, oder? Nein, du sagst immer zuerst mal anderen Namen als der... Ist ja auch schwierig mit so vielen Namen. Ja, klar, weil es fehlen ja jetzt mehrere Leute. Äh, ja. Ja, zu strafen muss ich dann heute die Zusammenfassung machen, fürchte ich. Das wollte ich nämlich eigentlich dem Jan aufs Auge drücken. Ich habe die Regeln nicht gemacht, aber... Aber? So sind sie halt. So sind sie halt, ja. So sind halt die Regeln. Ich habe auch nachgeguckt, ich habe echt nachgeguckt, ich habe nach oben gescrollt und es sieht so aus, als wären alle dran gewesen, außer Jan und ich, in der Zwischenzeit. Da konnte ich das niemandem anderen geben. Tja. Du warst ja auch erst beim letzten Mal, Phil. Du hast ja gar nichts zu befürchten. Ja. Ja. Ich würde sagen, steigen wir gleich ein in die Folge. Und das Nachgeplänkel machen wir dann hinterher. Verrückter Gedanke. Lass uns das so machen, ja. Mal schauen. Gut. Dann steigen wir ein mit der Folge. Siehst du, jetzt weiß ich schon nicht, welches ist. Folge 7. Guess what's coming to dinner. Das weiß ich doch, Mensch. Ach so. Ich habe extra rausgesucht zu lohnen, Sender 66, aber Folge 7. Dankeschön. Mario heißt du. Dankeschön, Mario. Staffel 4, Folge 7. Guess what's coming to dinner. Phil hat es schon erzählt. Und auf Deutsch heißt das... Ben? Beratet, wer zum Essen kommt? Fast. Rate mal, wer zum Essen kommt. Ach, verdammt. Okay. Ja. Aber ich frage mich ja, ob der englische Titel, ob der Spruch da wirklich so geht. Oder ob sie das auf S, auf wasächliches umgemünzt haben, wegen What's coming to dinner, weil es zu lohnen sind. Also die Wikipedia sagt ja, weil da steht, der Folgentitel ist eine Referenz an den Film von 1967 mit Sidney Poitier namens Guess Who's. Ah, Who's. Okay. Dann haben sie es nicht gerafft bei der Übersetzung. Oder sie wollten es aus irgendeinem Grund nicht. Weil sie hätten ja auch sagen können... Wahrscheinlich hatten sie einfach nicht genug Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das war auch... Das hätte auch mindestens drei Sekunden Zeit gebraucht. Ja, kann man schon verstehen, dass man die nicht hat. Ja, aber das dann mal... Wo ist denn der? 66? Das summiert sich ja auf. Das muss alles bezahlt werden. Ja, das ist richtig. Ja. Das wären quasi schon über drei Minuten Gedankenzeit. Deswegen rate mal, wer zum Essen kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Chekhov in Star Trek 6 eine Anspielung da drauf gemacht hat und das auch gesagt hat. Der hat dann nämlich so ganz viele Sprichwörter zitiert immer mal und da war auch rate mal, wer zum Essen kommt dabei. Oder wenn der Schuh passt, zieht man ihn an. Und hat dann halt immer gesagt, dass das aus einem berühmten russischen Märchen wäre. Aha. Ah, okay, aber nicht so berühmt, dass du es kennst. Ja, natürlich. Aschenputtel. Oder wenn der Schuh passt, zieht man ihn an, ist von Aschenputtel. Ja, da wird auch der Schuh kontrolliert. Wen Aschenputtel im Nachtclub verloren hat. Und dann wird ja geguckt, wem der Schuh passt. Ja. Weil der Prinz im Nachtclub hat doch Aschenputtel entdeckt, weil hat sie... Fand sie heiß. Ja. Genau, und dann haben sie sie gestalkt und haben allen Frauen in der Stadt die Schuhe angepasst. Genau. So war das im Märchen. Ja. Und heute würdest du einfach mal fragen, ein Foto schicken und gut ist. Ja. Ja. Ey, wem ist die Schuh? Und dann kriegst du eine Antwort. War das letzte Preis. War das letzte Preis. Aber das andere war es tatsächlich nicht. Wegen Rate mal, wer zum Essen kommt. Vielleicht bezieht er sich auch wirklich in Star Trek auf den Filmtitel mit Sidney Poitier. Ich kenne ihn nicht. Also den Film Sidney Poitier habe ich schon was von gehört. Gut. Der Film ist Quatsch. Der Autor der Folge ist Michael Angeli und Regie führte Wayne Rose. Wayne Rose habe ich nachgeguckt, weil ich ein bisschen beeindruckt war von einigen filmischen Details, da wo ich später noch drauf eingehen werde. Deswegen habe ich mal nachgeguckt, ob der sonst schon was gemacht hat, was mir gefallen hat. Und er hat schon Dirty Hands gemacht in Staffel 3. Aber das hier ist die zweite Folge. Razor Flashbacks hat er auch noch gemacht. Ah, okay. Und ist sonst noch irgendwas außerhalb von Galactica? Das habe ich nicht nachgeguckt. Weil ich habe nur im Galactica-Kontext geguckt. Aber Dirty Hands ist die Folge gewesen mit dem... mit dem Thylium-Raffinerie-Schiff und dem Aufstand, dem Streik. Ah, ja. Langjähriger Profi. Hercules, Xena. Okay. Das ist alles Weedon, oder? Glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht. Okay. Ich bin jetzt auch nicht der größte Weedon-Fan. Will Weedon? Aber Hercules und Xena ist doch nicht... Ist doch nicht... Ist das echt? Nee, ich verwechselst das mit Buffy, glaube ich. Jo. Ja. Das ist von ihm. Okay, ja. Aber dann guckt doch mal, von wem Hercules und Xena ist. Das ist bestimmt von den Gleichen. Vom Gleichen oder den Gleichen. Das ist das selbe. Hercules ist von Christian Williams. Und Xena ist von Sam Raimi. Sam Raimi. Ja, okay. Das sagt mir aber was. Dann klickt mal drauf, wer das ist. Spider-Man-Typ da. Ja, genau. Ich hätte immer seinen Bruder mit in die Serien schreibt oder so. Sam Raimi spielt ja da nicht immer mit. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein Pseudonym von Joss Whedon. Nein, nein. Die Tobey Maguire Spider-Mans, glaube ich. Ja, ja, genau. Tanster Teufel. Ja. Tanster Teufel. Ist das nicht dieser bekannte, dieser berüchtigte Film, der so ein Skandal war? Weil der so, oder verwechsel ich das gerade? Das weiß ich nicht. Ich habe das jetzt in den 80ern nicht so bewusst miterlebt, ob das damals ein Skandal. Also, als ich den Film mitbekommen habe, war der schon nicht mehr skandalös. Also, da war er berühmt und. Ja, ich weiß auch, dass in den 80ern oder in den späten 80ern, so in der Schule, da war das so ein geheimes Ding, was man dann so geguckt hat. Aber das war ja auch. Ich denke, dass der Film heute ab 16 freigegeben wurde in der ungeschnittenen Fassung. Okay. Aber das ist doch eher so, das ist doch so ein Splatter-Ding, oder? Das ist doch nicht ernst gemeint, ja. Nee, damals hat man das halt noch anders gesehen. Genau, das meine ich ja, das ist so ein, die böse, das versaut die Jugend und keine Ahnung, so wie Rock'n'Roll. Lustig, am 24.09.2017 lief der Film zum ersten Mal ungeschnitten im deutschen Free-TV auf Tele 5. Okay. Wow. Na gut, also Indiana Jones 1 lief auch lange Zeit nicht ungeschnitten im deutschen Free-TV. Ja, traurig, traurig. Ja, bei das. Ja? Ja. Mario? Ja. Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ah, das ist gut. Ich habe heute was echt Cooles gelesen, und zwar in den Credits von Filmen oder Serien, da stehen da manchmal so zwei Autoren dabei. Einmal halt, keine Ahnung, mit einem Und, also wirklich Und, ausgeschrieben, und dann mit dem Symbol Und. Mhm. Ja. Kennt ihr den Unterschied? Also ich glaube eigentlich, aber das Symbol Und heißt ja kaufmännisches Und. Aber was ist das? Vielleicht, beim einen schreiben sie zusammen, und beim anderen schreibt der eine was und der andere was. Ach so, dass das eine Bedeutung hat? Genau, bei einem, ja, ja, genau. Okay. Und zwar mit dem Und-Symbol heißt es, die haben gemeinsam das Drehbuch geschrieben und auch, die haben immer gewusst, was Sache ist. Mhm. Bei einem Und, also ausgeschrieben, hat der eine zuerst was geschrieben und der andere dann noch was hinzugefügt oder noch was geändert, je nachdem. Okay. Also die haben nicht gleichzeitig an dem Drehbuch gearbeitet. Interessant. Das heißt, das kannst du jetzt immer sehen. Ja, genau. Mhm. Und da siehst du halt wirklich immer, gut, der hat es wahrscheinlich alleine gepackt, Disney hat schon wieder einen zweiten engagiert. Und du meinst aber wirklich dieses kaufmännische Und und nicht ein Plus, oder? Ja, ja, genau, dieses kaufmännische Und, genau. Ja, also stand das jetzt zum Beispiel, nee, das weiß ich jetzt gar nicht, bei dem letzten Solo-Film, da hatten sie doch erst die, die ersten hatten sie doch rausgeworfen. Ja. Aber dann stehen die wahrscheinlich gar nicht drin. Ja, aber das kaufmännisch. Ich glaube, die werden erwähnt in den Credits. Auf fast alle Star Wars-Filme der jüngeren Vergangenheit zu. Stimmt. Sie müssen halt dann nachschauen. Sie sagt nur in den Credits. Und in ganz hinter Zeiten weiß ich gar nicht, ob sie das jetzt auch so beachten. Mhm. Ob sie es so übernehmen. Na gut. Nach diesem Ausflug zurück zu Battle Star Galactica. Wie war das mit dem, das Nachgeblänkel machen wir danach? Ja. Ja, wir waren jetzt bei über Wayne Rose zu Tanz der Teufel und so weiter. Also Wayne Rose ist der Regisseur. Und da gibt es noch einen Funfact zu. Und zwar ist er der unbekannte Soldat, den man auf einem Bild sieht, das im Bereitschaftsraum hängt. Dieses Bild hat man zum ersten Mal schon in der ersten Folge 33 Minuten gesehen. Und da sieht man, wie so ein Soldat kniend vor einer Landschaft oder einer Stadtsilhouette sitzt, die von einer Atombombe zerstört wurde oder gerade wird. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Insbesondere auch, weil ich es in den Sendungschannel gepostet habe. Ja. Das ist doch das, wo die immer dran tatschen, wenn sie vorbeilaufen, ne? Ist das so? Ich dachte. Haben die das nicht immer berührt? So als Glücksbringer? Könnte sein. Es gab sowas, was die immer berührt haben. Könnte sein, dass es das war. Ich meine, das wäre das Bild gewesen. Ja. Okay. Und das heißt, lest we forget. Und das ist Wayne. Wayne, genau. Den haben sie auf irgendeinem Helipad da fotografiert, nachdem sie die Stadt angezündet haben, damit sie auch einen guten Hintergrund hatten. Mario, du hast noch ein Breaking News zum kaufmännischen Und. Breaking News? Ja. Du meinst so Solo? Ja, und zwar stehen die wirklich mit einem kaufmännischen Und in den Credits. Okay. Aber dann sind das aber wahrscheinlich nicht die Autoren, die sie gefeuert hatten, sondern wahrscheinlich die, die danach kamen. Na, waren das nicht Kasdan? Also, oh ja, Jonathan Kasdan und Lawrence Kasdan. Ja, ach so. Sie haben ja nicht die Autoren da gefeuert, sondern die Schisseur. Die Autoren, ah, okay. Ja, das sind ja Vater und Sohn. Genau, und der Lawrence Kasdan ist doch der, der Episode 5 geschrieben hat oder gemacht hat. Ja. Und auch die neuen Star Wars Filme. Ja. Zumindest den ersten, Episode 7. Im zweiten bin ich mir da nicht so sicher. Ach, Star Wars. Ich wusste auch gar nicht, dass die Solo gemacht haben, aber jetzt weiß ich's wieder. Ich aber auch nicht. Ich dachte, Ron Howard hat am Ende alles an sich gesagt. Okay. Gut, gut. Das war Lest We Forget. Und dann nochmal zu Michael Angeli. Ich glaube, über den haben wir schon mehrmals geredet. Und ich weiß auch jetzt nicht, was ich zu ihm sagen soll. Gut. Das ist ein guter Mann. Das war's. Das schneiden wir raus. Dann kommen wir zur Zusammenfassung, die auch schon wieder ich mache. Und danach rede ich nicht mehr. Ich bin gespannt. Wie geht's los? Nach der Ankunft der Demetrius und des damit auch einhergehenden beschädigten Zölonen-Basissterns in der Menschenflotte schlagen die Zölonen-Rebellen den Menschen eine Allianz vor. Und zwar, dass sie gemeinsam den Rebellen bekannten Ort dieser Zölonen-Kolonie angreifen. Letztendlich den Ort, wo diese Auferstehungsschiffe sind oder das Auferstehungszentrum ist. Und die Nummer drei, also Diana, wieder aktivieren wollen. Denn, das ist der Deal, diese kennt die letzten fünf Zölonen-Modelle. Die sich, wie sich nun herausstellt, für die Menschen in der Flotte befinden. Und der Deal für die Zölonen ist, dass sie freies Geleit kriegen und die fünf Zölonen mitnehmen dürfen. Dafür ist der Gegendeal für die Menschen, dass sie den Weg zur Erde kennen, weil die fünf Zölonen den Weg zur Erde kennen sollen. Nach der Abmachung schmieden aber alle beiden Parteien intern so eigene Pläne und Intrigen. Eigentlich im Falle der Menschen ist es eine Intrige, weil sie wollen die Risiken minimieren. Und im Falle der Zölonen kriegen die Rebellen kalte Füße und wollen dann auch wieder raus aus diesem Deal. Und so führt das am Ende der Episode eigentlich ziemlich ins Chaos, was da geplant und beschlossen wurde. Weil jeder so seine eigenen Pläne verfolgt. Das ist die Haupthandlung. Und in der Nebenhandlung geht es darum, dass das BALTA-Radio verbreitet, dass die Präsidentin Träume mit zwei Zölonen teilt. Das und der Umstand, dass die Präsidentin über den Zwölferrat hinweg entscheidet, schürt so Vorwürfe, dass die Präsidentin eine geheime Agenda hat und dass sie halt nicht offen gegenüber ihren Ratskollegen ist und auch gegenüber dem Volk nicht. Eigentlich ist diese Nebenhandlung aber auch gar keine wirkliche Nebenhandlung, wie es in der letzten Folge der Fall war, dass es wirklich was ganz Abgesondertes ist, sondern gegen Ende der Folge geht die Nebenhandlung eigentlich immer weiter in die Haupthandlung über. Ja, das war für mich eigentlich so das Wichtigste der Folge. Gibt es Ergänzungen? Also ich nehme mal an, das Schweigen heißt kollektiv nein. Gut. Ja. Dann fangen wir mal an. Es gibt bestimmt noch viele Details, die ich vergessen habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Frage. Ja. War es wirklich zwingend notwendig oder habe ich nicht richtig aufgepasst, dass die Dimitrius und der Basisstern, dass sie zeitgleich springen? Du meinst, man hätte nicht vorher sagen können, übrigens... Dimitrius, geht ihr mal vor. Gleich kommt dann in 15 Minuten. Ja, das war nicht so schlau. Wenn du das so sagst... Also ich meine, das wurde ja jetzt kein Riesendrama draus, weil es ist ja nichts passiert in der Folge. Aber so während des Guckens dachte ich mir, naja, ein bisschen unnötiges Drama, das hätte ich anders versucht. Ich kann dir eine Antwort drauf geben. Dann gib mir doch eine Antwort. Das ging auf keinen Fall. Denn, was ja auch auf keinen Fall ging, war der Funk, nachdem der Basisstern da war. Denn auch das hätte ja ein Drama verhindert. Und offensichtlich, weißt du, was man hier haben wollte? Drama. Ja. Ich habe geglaubt, dass in der letzten Folge das Basisschiff zuerst gesprungen ist und dass Dimitrius ein Problem hatte. Aber das war nur eine Einbildung. Ja, naja, das war halt diese Episode so. Ja, aber ich habe es mir eingebildet. Okay, gut, vielleicht deswegen. Aber dann habe ich geschaut, nee, eigentlich nicht. Das war übrigens ein Shot, der mir jetzt vorhin eingefallen ist, als du meintest, dass hier Wayne Rose irgendwie tolle, tolle, ein paar tolle Momente hatte. Ja. Dieser Shot, wie der Basisstern so mitten in der Flotte auftaucht, wie so Größenverhältnisse gut dargestellt und dieses panische Ausweichen und auch über die ganze Szene hinweg hat er unglaublich gut diese professionelle Hektik vermittelt, die die dann so ein paar Minuten an den Tag legen, bis irgendwie, okay, Weiber sind draußen, Geschütze sind ausgerichtet. Alle einmal kurz durchschnaufen und dann geht's richtig los. Ja, genau. Also diese Dynamik fand ich, hat er sehr, genau, diese Hektik und er hat das halt durch Dynamik in Bildern gemacht, fand ich. Das fand ich irgendwie sehr schön. Ich meine, die sind ja immer sehr dynamisch bei Battlestar, weil sie diese Shaking Cam haben. Ja, aber es war eben nicht, nicht so, nicht, also es war keine Panik, sondern es war schon klar, dass das hier irgendwie Profis sind, die wissen, was sie tun. Aber trotzdem ein bisschen gestresst von der Tatsache, dass da plötzlich so ein Basisstern einfach mitten unter ihnen auftaucht. Ja, genau. Aber das meine ich noch nicht mal. Ich meine jetzt noch nicht mal, dass das Stimmung vermittelt, das, was mir aufgefallen ist, also zumindest nicht die Außenschots, sondern dass man über die Kameraführung oder über die Shots so gemerkt hat, wo man gerade ist bei den Hin- und Herschwenken zwischen den Schiffen. Ja, das stimmt auch. Fand ich sehr schön. Hat man sehr schön immer in der Flotte so hin und her beim Rüberspringen, ist man da so zwischendurch vorbeigekommen. Ja, der hat immer ein gutes Gefühl dafür vermittelt, was, wo passiert. Genau. Und ich fand auch schön, du hast es schon angesprochen, dieses, wenn es dann auf den Punkt kommt, ob jetzt gefeuert wird oder nicht, wo dann Tai eingreift, während der Kommander Adama so runterzählt und sagt, und dann sagt ja Tai, ähm, was sagt der, hold weapons oder hold fire oder sowas. Und dann sieht man ja die beiden Gesichter so, wo dann erst so, äh, so ein bisschen Adama perplex dasteht. Und da wird er so auf ihn raufgesoomt irgendwie und auch so in so einer Wackelkamera, das fand ich ganz gut. Und dann wird gleich wieder zu Tai rüber geschwenkt und er hat dann, guckt dann so, äh, äh. Ja, also nochmal, um da den Kontext zu geben, ähm, Zylonenstern taucht auf, es gibt diese Vorbereitung, die Phil angesprochen hat und dann gibt's eben so, dann die Szene, in der Adama den Befehl zum Feuern geben will. Und Tai, der vermutlich, da könnt ihr ja was mal zu sagen, vermutlich irgendwie diese Anwesenheit der, von Enders oder so auf dem anderen Basisstern spürt. Vielleicht aber auch hat es gar nichts damit zu tun, weil Tai ist ja oft so, äh, intuitiv unterwegs, dass er so die richtigen Entscheidungen trifft. Keine Ahnung. Ja, also ich glaube, es ist eher das, ja. Also, die, die andere Möglichkeit, das ist natürlich auch genau die Frage, die, mit, mit der sich Tai selber beschäftigen wird, warum er das jetzt überhaupt so gemacht hat. Aber ich finde, das sah nicht so aus, als wüsste er, was er da tut. Außer, dass man halt vorher bei dieser, bei die, während dieser Überlegung auch nochmal auf den Basis dann gesprungen ist, optisch, und dann auch Enders gesehen hat, aber. Ja, gut, aber das spielt damit wahrscheinlich. Ist ja, ist ja auch, also, auch wenn sie jetzt gefeuert hätten, hättest du ja diesen Shot gebraucht, um es dramatisch zu machen. Stimmt, ja. Ja, ja, ja. Irgendes Gesicht zu sehen. Boom. Ja. Ja, ich meine auch die Tatsache, dass, ähm, Adama ihm dann ja auch vertraut und dann auch wirklich, äh, den, den Angriff abbricht, zeigt ja auch, dass Tai in solchen Situationen öfter mal richtig gelegen haben muss. Wobei, ich glaube, so viel Zeit ist da gar nicht, dass Adama noch große Entscheidungen treffen muss, sondern dann kommt doch, zack, äh, die, die Demetrius hinterher und, und funkt ja sofort alles cool, nicht schießen. Ja, aber man sieht schon, dass er sich davon, dass er davon beeindruckt ist, dass Tai da ihm ins Wort fällt und er hat gar keine Anstalten dagegen, was zu sagen, weil er wird schon einen Grund haben. Okay, das habe ich gar nicht so, ich habe, ich habe da eher nur gesehen, so, Adama guckt ihn irgendwie so ein, zwei Sekunden an. Ja, du hast dieser Situation etwas hinzuzufügen. Also schon, schon, schon mit so einem gewissen Grundvertrauen, ähm, im Sinne von, du wirst schon einen Grund haben, mich hier jetzt, mich hier jetzt vor versammelter Mannschaft, äh, zu, zu unterbrechen. Aber dann geht es ja sofort weiter, also es, ich, ich, es, es kommt ja gar nicht so weit, dass Adama sagt, ja gut, dann halt nicht. Ja, gut, aber ich, ja. Also, da, da, da hätte schon sofort jetzt, wenn die Demetrius nicht gekommen wäre, dann hätte Adama natürlich direkt da gefragt, okay, und warum genau jetzt nicht? Klar, ja. Ja, aber er würde auf jeden Fall bei Tai nicht so reagieren, dass er ihn anbrillt und sagt, was stellen sie meine Befehle in Frage. Ja, 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 natürlich. Also ich habe auch gedacht, ähm, Tai ist ja öfter so unterwegs, dass er irgendwie da steht, während alle anderen irgendwie in der, in der Situation versinken und dann scheinbar so einen Schritt zurücktritt und sagt, äh, what the fuck is wrong oder sowas. Und, 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 der, der kann ja auch, das, das haben wir ja auch schon mehrfach gesehen, der kann ja auch ein extrem guter, ein extrem guter erster Offizier sein. Ja. Der, der, der genau in den richtigen Momenten manchmal den, weiß, wann, wann er seinem, seinem Kapitän da reinpfuschen muss. Hm. Und, Entschuldigung, das heißt natürlich, what the fuck is wrong. Ja, genau. Wie konnte das nur passieren? Und letztendlich hat er ja auf das Radar geguckt, Quatsch, wie heißt das Ding? Verdammt. Radis. Auf das Radis, Radis geguckt? Radis mit D. Auf das Radis geguckt und, ähm, hat sich halt gewundert, dass die keine Jäger launchen und nicht schießen. Ja. Vermut ich mal. Ja. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, so, hä, wieso machen die überhaupt so einen Terror? Aber die, 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 die müssen doch sehen, dass dieser Basisstand völlig hin ist. Aber, aber, ist ja Quatsch. Weil, ja, eben, genau, das, das funktioniert ja nicht hier über optische Erkennung, sondern ein roter Punkt auf dem Radis ist halt ein roter Punkt auf dem Radis. Genau. Genau. Fehlen so ein paar Pixeln. Ich bin hier so ein angebrochener Punkt. Ich glaube, er ist kaputt. Ach ja. Ja, und dann wird tatsächlich ja gleich auf die, die nächste Szene dann auf dem Basisstern, ähm, geschaltet, dass der von Tai und Truppen geboordet wird. Genau, weil die können ja viel über Funk erzählen, das würde ich natürlich auch erstmal mal gucken. Ja. Der hat gleich jeden rübergeschickt. Und gerade schon viele. Und dann nehmen sie alle mit. Ja, und Gator bekommt endlich mal eine Behandlung. Ja, der Arme, der sieht halt auch echt schon gar nicht mehr gut aus. Der hat ziemlich graue Lippen. Und, und das geht ja dann ja auch so total, total ohne, ohne irgendwie große Exposition oder so. Ja. Ja, okay, jetzt Bein ab. Genau. Kottel sagt eigentlich nur, holt das Amputationsbesteck. Ja, und währenddessen interviewt ja dann die, die menschliche Führungsriege die Sprecherin der, der Zölonen-Rebellen, eine der, eine der Sechsen. Hm. In diesem Raum, wo immer solche Anhörungen stattfinden, was ist das eigentlich für ein Raum? Anhörungsraum. Ja. Konferenzraum. Konferenzraum. Ja, aber das ist ein komischer Konferenzraum. Das ist ja wie so ein Gericht fast. Ja, brauchst du ja auf einem, auf so einem Riesenkriegsschiff auch irgendwas, wo du, wo du vielleicht ein bisschen zeremonieller was abhalten kannst. Vielleicht war das auch für die Pressekonferenz damals oder sowas gedacht. Das kann sein. Keine Ahnung. Vielleicht. Ja, aber das ist doch auch, also so prinzipiell ist doch so ein, so ein Kampfstern auch drauf ausgelegt, mal irgendwie in ein paar Wochen oder Monate unterwegs zu sein. Ja, das auf jeden Fall. Da brauchst du irgendwie sowas mal eine ganz schöne Ordensverleihungszeremonie machen. Dafür ist so wenig Platz, das würde man am Hangardeck machen. Okay, eine Ordensverleihungszeremonie für Führungsoffiziere, wo nicht der Pöbel mit dazu kommt. Ja, aber bei den ganzen Auszeichnen, die jetzt schon verteilt worden sind, war ja auch nicht immer die ganze Crew anwesend. Das geht auch, glaube ich, gar nicht, weil es muss immer irgendwo einer auf seinem Posten sein, oder? Apropos Posten, ja, du hast recht, da fällt mir noch ein schöner Shot ein. Und zwar, als sie die Geschütze bereit machen, sieht man so ein Zwillingsgeschütz von einem Vorbeiflug. Und dann sieht man zwischen den Zwillingstürmen so wie so ein TIE-Fighter, so eine Kuppel in der Mitte und da stehen zwei Kanoniere drin. Ja, stimmt. Dass die tatsächlich auch bemannt sind und quasi nicht vom Computer oder von extern gesteuert werden. Ja, so Shots mag ich eh. Das fand ich schon in Star Wars damals toll. Wenn die so auf dem Todesstern auch gezeigt haben, dass da auch wirkliche Menschen hinter den ganzen Geschützen sind. Ja, wobei sich ja Star Wars da auch extrem an Zweiter Weltkrieg angelehnt hat. Aber offensichtlich lehnt sich hier Battlestar an Star Wars an. Was ja Battlestar auch schon immer gemacht hat. Ja, wobei so eben in den 70ern ist es ja eh ein ganz großes Durcheinander. Wäre da alles von wem was wie abgeschüttet. Ja. Da darf man, glaube ich, gar nicht zu genau hingucken. Aus heutiger Copyright-Perspektive ist es, glaube ich, alles ein sehr großer Albtraum. Ja gut, das hatten wir ja schon, als wir den Film besprochen hatten, dass da lange Zeit Rechtsstreits gab, dass Battlestar eben ein Plagiat ist von Star Wars. Ja, und Star Wars wurde, glaube ich, doch von, wurde die nicht von, wie hieß er, von, äh, von Herbert verklagt, dass er irgendwie Dune kopiert hätte, George Lucas oder sowas? Ja, naja, ist ja jetzt auch nicht so. Andererseits ist es, ist es ja auch immer schwierig, wo genau willst du jetzt die, die Trennlinie sehen? Den sehen jetzt die, sehen das die Tusken irgendwie zu nah an Främen und das. Und der Sandwurm. Ja, und. Das ist jetzt ein Sandwurmskelett in Episode 4. Gewürzhandel gefaselt, den man Solo vergeigt hat und sowas, ja, ja. Wobei das ein Drache ist und kein Wurm. Echt? Verdammt. Ja. Ja gut, ein Drache ist auch ein Wurm, ein Lindwurm. Touché. Okay, mit diesem Argument hättest du vor Gericht auf jeden Fall gewonnen. Nur sind wir jetzt nicht bei Gericht. Also hat Phil recht. Ich glaube, ein Lindwurm ist ein Drache, der nicht fliegen kann. Ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob die Kreiddrachen, ob die fliegen konnten oder nicht. Und ein Lindwurm ist kein richtiger Drache. Wenn. Das ist was ähnliches. Du weißt es doch. Ich glaube nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, da mal gelesen zu haben, dass die das irgendwann mal aktiv gemacht haben. Auf jeden Fall weiß ich, wenn sie schreien, klingen sie wie Obi-Wan. Ja. Immer. Immer. Möge die Macht mit dir sein. Immer. Genau. Ja. Gut, zurück zu Battlestar. Ja, stimmt. Da war ich wieder. Ja. Das war nur ein kurzer Exkurs zu, was man auch noch von außen schön sah. Und ein Kreiddrache kann nicht fliegen, er hat keine Flügel. Entschuldigung. Gut. Das ist eine riesige Echse. Du kannst nicht fliegen. Okay. Das ist eine riesige Echse mit einem Drachenkorb, das war's. Die gab's doch sogar bei irgendeinem Jedi Knight, oder? Knights of the Old Republic. Ach, gut. Ja, genau. Dort waren sie. Und jetzt schritt die Battlestar in den Gehörraum. Einmal mehr. Ja, und die schließen ja dann im Prinzip den Deal ab. Die Menschen helfen den Zylonen, die, ich bin so schlecht mit Nummern, die Xenas zu unboxen. Dry. 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 Und dürfen dafür ja so als Zuckerchen irgendwie die gesamte Wiederauferstehungsinfrastruktur der Zylonen zerstören. Dafür enttarnen dann wiederum die Rebellen Zylonen die Final Five, die dem Menschen verraten, wo die Erde ist, die dafür dann wieder an die Rebellen Zylonen übergeben werden. Und ich glaub, das war so das Deal-Paket, oder? Bis auf, dass Corey und Tai so ein bisschen die Gesichtszüge noch enttreisen. Ja, na gut. Die waren ja jetzt auch, die waren schon Teil des Deals, aber nicht Teil des Deals. Ich hab auch noch was zu sagen hier. Ich glaub, Tai versucht doch auch kurz irgendwie so, was soll das? Die sollten alle umbringen. Aber hat ja nicht wirklich gute Argumente. Genau, und weiter der Präsidentin folgen oder sowas, sagt er. Genau, er vertraut der Präsidentin, bla bla bla. Ja, ganz verständlich, ja. Ja, aber das fand ich auch ein nettes Bild, wie so, wie die Kamera eben auf Tai und auf, ähm... Hm, Tori? Tori ist wie, wie sie so, Tai guckt so ganz grömmig und Tori ist, um, ich muss noch Notizen machen. Ich bin ganz beschäftigt. Das ist so geil. Ich höre nicht, was sie sagen. Ja, Tyrion kriegt das alles nicht mehr mit. Die Zylonen enttarnt. Hm, na ja. Er ist jetzt so weit im Ranking nach unten gefallen, er kriegt nichts mehr mit und muss sich keine Gedanken mehr über solche schlimmen Sachen machen. Ja, nee, der ist doch aber ernsthaft. Also, wenn der hier dann in der Folge irgendwie vorkommt, so ganz da ist der ja immer noch nicht. Nee, 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 nee. Hm. Aber ich meine, der wird auch in sowas jetzt nicht mehr einbezogen, sonst war der ja eher ja auch bei sowas dabei und hat dann solche Dinge mitbekommen. Jetzt steht er einfach da und streicht irgendwas. Ja. Einmal zu oft Gewerkschafter gespielt. Genau. Genau. Genau, und Enders war ja schon beim letzten Mal informiert, dass sie die Zylonen enttarnen wollen. Der weiß das auch schon. Genau. Da gibt es ja auch später nochmal ein Treffen zwischen denen, oder? Habe ich das gerade in meinem geistigen Auge nur gesehen? Ja, die treffen sich später noch einmal. Ich meine auch, ja. Ach, das ist das Gespräch, wo dann Enders ganz abwesend ist und dann irgendwann nur sagt, er singt oder so. Gator singt. Genau. Genau. Das ist übrigens, das möchte ich mal sagen, weil den Eindruck kriegt man aus der Episode vielleicht nicht. Im Soundtrack gibt es diesen Song ja so richtig und da singt der Gator normal. Und der ist gut. Also, es klingt zumindest genauso wie er. Wenn es nicht er ist, ist es egal. Also, ist auch egal, weil was ich eigentlich schon sagen wollte, ist, das ist ein toller Song. Und der kommt ja in der Folge natürlich nicht so richtig rüber, weil Gator halt immer etwas angeschlagen und nicht mit voller Kraft da mitsingt. Aber der wird in dem gesamten Soundtrack der Folge verarbeitet. Also, der kommt auch instrumental die ganze Zeit rüber. Ja. Ja, ja. Das ist richtig. Aber der hat auch richtig was, wenn da jemand mit voller Kraft mitsingt. Ist das irgendein bekanntes Lied oder haben sie das extra dafür gemacht? Keine Ahnung. Ich kenne das nicht ansonsten. Also, ich glaube, das einzige von den Liedern, was ich hier in Battlestar Galactica gar schon kannte, war hier... Psst. Psst. Das gibt es ja noch gar nicht. Echt? Achso. Dann habe ich auch gar nichts gesagt. Das meinte ich natürlich. Jetzt weiß ich nicht, wo wir wieder einstrengen müssen. Ich habe gerade reingehört in das Lied. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Es hört sich wirklich sehr viel schöner an, ja. Wenn er nicht so krank ist oder gerade den Bein verliert. Und ich glaube, er ist es sogar, der singt der Gate, der Schauspieler. Also, erinnert so ein bisschen an diesen Song, den Pippin singt bei Herr der Ringe. Ja, das habe ich auch gedacht vorhin. Ich habe an Hobbit auch denken müssen sogar. Okay. An Hobbit? Habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Als die Zwerge. Ja. Als die Zwerge. Ja, als die angefangen haben. Das klang ziemlich düster, als ich gesungen habe. Während sie aufgewaschen haben. Nein, nein. Danach das Lied. Später. Das mit den Bergen oder irgendwas. Ach so. Das klang richtig düster. Ich versuche gerade, ob noch irgendeine Trivia in Wikipedia steht, aber ich finde nichts. Hätte ja sein können, dass das irgendwie ein Volkslied ist oder sowas. Nee, also in der IMDb steht auch nichts zu Trivia. Also nichts zu dem Song. Zum Episodentitel, aber. Dann ist der bestimmt extra für die Episode gemacht. Ich glaube auch. Gefährliches Halbwissen. Wir hätten das ja auch vorher recherchieren können. Ich schneide das alles raus. Jawohl. Sehr gut. Es wird die Folge auch nicht so lang. Genau. Gut. Dann kommen wir mal weiter. Wir sind jetzt irgendwie, wir haben die, wir haben ja jetzt schon gesagt, der Deal steht. Und jetzt habe ich ja schon in der Zusammenfassung gesagt, sind alle dann irgendwie, machen aber alle noch irgendwelche Geheimdeals untereinander. Und da ist glaube ich dann auch die nächste Szene schon, oder? Wo dann Tai, die Präsidentin und Adama natürlich und Starbuck und Hilo zusammenstehen. Dann reden wir nochmal drüber. Gut, was denn beendet doch den Satz? Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Na, dass sie da so einen Geheimplan schieben. Also, ja, wo sie dann halt sagen, ja, wir halten schon dran, aber wir ändern ein bisschen was ab. Und zwar behalten wir die letzten fünf einfach so lange, bis wir auf der Erde sind und dann geben wir sie erst her. Ja. Ja, okay. Gleichzeitig beschließen die Zölonen, hm, lass mal noch ein geheimes, ein geheimes, internes Zusatzabkommen zu unserem Deal abschließen, weil wir vertrauen. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde es aber gleichzeitig ein bisschen platt, wenn die, also, wenn die sich schon beide gegenseitig betrügen, hätte ich es eigentlich interessanter gefunden, das nicht so offen zu zeigen. Ja. Also, das nicht einfach so zu erzählen. Ja, aber die Zölonen betrügen ja auch gar nicht, die kriegen nur kalte Füße, oder? Da sagt ja dann die Six irgendwie, ich habe das falsch eingeschätzt, wir sind nicht bereit. Ja, 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 am Ende dann wieder. Ja, aber erst mal beschließen die Zölonen ja auch sowas zu machen, ja. Auch, nee, wir können uns nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, was die vorhaben. Bei mir ist es nur hängen geblieben, so, ja, ja, ganz, ganz böse Moral von der Geschichte, die Leute, die vertrauen sich alle gegenseitig nicht. Ja. Und ich meine, so wird es ja jetzt dann auch, wobei, nee, so weit wollen wir ja noch gar nicht vorspringen. Ja, weil ihr habt gerade auch was gesagt über die Six, wie sie meinte, dass sie noch nicht bereit sind dafür, die Zölonen. Das kommt ja auch erst viel später. Das kommt erst ziemlich spät, genau. Ja, ja. Das ist übrigens Natalie, ich wusste noch nicht, dass die so heißt, war das schon lange bekannt? Die Six? Keine Ahnung, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Sie sehen alle so gleich aus. Ja, und auch so von der Rolle her und bei mir funktioniert das nicht gut. Und die Einzige, bei der das gut klappt, ist hier Boomer und Shannon, ja. Einzige, bei denen das gut klappt, sind Boomer und Sharon. Shannon. Shannon, ja, genau. Also, weil die, die, die kann ich gut verorten. Die sind für mich optisch irgendwie klar und so zu unterscheiden, weil sie trägt immer Uniform. Genau. Ja. Ja, wollen wir da direkt mit Elfina weitermachen, so mit dem Traum und dem. Ja, ich glaube, da müssen wir erst nochmal ein bisschen in die sogenannte B-Story abtriffen, um auszuholen mit den Träumen. Denn ich glaube, ganz am Anfang, schon bevor diese Geschichte kommt, dass die, dass der Kampfstern hier hinspringt, geht es ja, glaube ich, schon mal um diese Präsidentin und dass sie sich unterhält, dass, ähm, ach, ich kriege heute keinen Satz zusammen, dass, äh, hier, ähm, wie, 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 wie heißt der? Jetzt geht's doch auch so los. Walter? Walter, Radio? Der Fediger Mann. Walter? Walter. Ja, genau. Dass er, genau, dass er das Gericht verbreitet, dass sie Träume mit den Zylonen schert, teilt. Ja, genau. Und, äh, ja, im Prinzip, dass die gute Frau halt echt nicht mehr, echt nicht mehr weiß, was sie tut, so. Sackt. Und da, da, ja. Sackt Walter, genau. Und sie hat sich das ja gemeinsam mit, ab, ab, hieß es der, ich erkenne heute keinen Namen, das ist ja so schlimm. Genau die beiden unterhalten sich ganz am Anfang, oder? Mit Adama Junior, äh, der sie ja dann auch so fragt, so, stimmt das denn, stimmt das denn? Und sie, sie, ich, ich, ich finde, sie macht es sich aber auch unnötig schwer, weil sie auch in so einer Unterhaltung dann irgendwie so Antworten gibt wie, ach ja, es wurde das Amt der Präsident, ich, ich trage die ganze Zeit hier das Gewicht der Entscheidung auf mir und ich kann so, ich muss darauf überhaupt keine Antwort geben und da, 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 anstatt einfach zu sagen so, ja, ist schon richtig oder nein, ist alles Quatsch. Ähm, macht sie sich selbst gegenüber Apollo, da finde ich unnötig. Adama hätte gesagt, ich kommentiere da keine Spekulationen. Ja, okay, aber, aber da muss man das ja auch bestimmt vertreten und nicht, also, wenn du schon die ganze Zeit durch die Gegend läufst und irgendwelchen, irgendwelche religiösen Prophezeiungen, äh, von dir gibt es nicht, ja, wir müssen das tun, weil in den Heiligen Schriften steht, ist das vielleicht nicht, also, dann ist vielleicht nicht die überzeugendste Antwort bei sowas zu sagen, äh, muss ich gar nichts dazu sagen? Ja, also, ich, ich finde, sie zieht sich am Ende immer, immer darauf zurück, so, boah, echt, jetzt, jetzt nervt, nervt ihr, 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 ähm, wie heißt dieses, dieses Council da? Ja, das Quorum, das Quorum, jetzt nervt ihr hier die ganze Zeit die Exekutive, ich bin mit wichtigen Dingen beschäftigt, geht mal weg mit dieser blöden Demokratie, ich kann hier, ich kann so nicht arbeiten. Aber sagt sie nicht am Ende, sagt sie nicht am Ende, wenn sie solche Visionen hätten, würden sie das dann öffentlich machen? Ja, aber wie soll das denn helfen? Das ist ja sogar noch das Zugeständnis. Ja, genau. Ich dachte, darum ging's dir. Ja, nein, es ist aber nicht das Geständnis im Sinne von, ja, es ist richtig, sondern es ist so ein, äh, so ein, sich, ähm, sich tiefer reinreiten und gleichzeitig jemand, der ja eigentlich so wohlgesonnen ist wie Apollo, von, von sich wegzustoßen, weil sie nicht einfach offen mit ihm redet. Okay. Siehst du nicht so? Naja, ich seh zum einen nicht so, dass er ihr noch irgendwie wohlgesonnen ist, weil ich glaub, das ist schon lange vorbei, seit er nämlich in der Politik ist, ist er ihr, glaub ich, überhaupt nicht wohlgesonnen. Doch, das glaub ich schon, also, ich glaub schon, dass er immer noch das, der stellt natürlich, ja, ihr habt Pflichtgefühl nach vorne, jada, 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 aber wenn die, aber, aber wenn, wenn sie ein offenes Gespräch mit ihm führen würde und sagen würde, hier, Junge, so und so schaut's aus, das ist der Plan, ähm, und wir tun das alles für, für das Wohl der Menschheit, ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er herkommt. Für mich ist das halt alles gar nicht, ja, ich vertraue ihnen. Für mich ist das alles gar nicht hängen geblieben, was du gesagt hast in dem Gespräch, dass sie sich darum lamentiert hat. Für mich ist hängen geblieben, dass sie gesagt hat, wenn... Ich kann das überhaupt vor und ich hab mir das nicht irgendwie... Ja, bei mir ist halt hängen geblieben, dass sie am Ende des Gesprächs es im Prinzip bestätigt hat und er darüber ganz erstaunt war. Kann uns ja jemand unter die Folge kommentieren, wer von uns beiden hier nicht aufgepasst hat. Ja. Aber was ich da noch sagen konnte, danach kam das ja erst alles mit dem Basisstern und wie sie dann zum Feuern kommen und so weiter und danach kam dann erst das Intro tatsächlich, also zehn Minuten hat es tatsächlich gedauert, bis das Intro kam. Zehn Minuten! Zehn Minuten, da wäre ich in München am Flughafen gewesen, wenn ich in den Hauptbahnhof eingestiegen wäre. So, und solche Gespräche gibt es ja nachher auch nochmal mit Starbuck. Eigentlich gibt es mehrere solche Gespräche über diesen Traum in der Handlung. Und mit Starbuck gibt es den dann nachher nochmal, wo dann Starbuck diesen Satz fallen lässt, die sterbende Führerin wird alles oder wird es die Begebenheit über die Oper erfahren. Wo dann, wo dann die Präsidentin eben sagt, was, was, warum sie denn das her? Habe ich doch noch niemandem erzählt mit der Oper. Wie können sie denn das wissen, dass ich davon träume? Und sagt Starbuck, das hat mir der, ähm, der, wie heißen die Viecher? Teufel, das hat mir der Teufel gesagt. Der Hybrid. Der Hybrid, genau, das hat mir der Hybrid gesagt. Und dann fasst die Präsidentin nämlich den Plan, dass sie zum Hybriden muss. Ja, ist diese, die, ähm, Präsentation von der Sex vor dem Quorum, ist das vorher oder hinterher? Ich denke, das war viel früher. Was ich da nämlich extrem lustig fand, und ich habe mir das schon ein paar Mal gedacht, diese Marines, die laufen ja immer, immer mit ihren langen Gewehren da rum. Und es gibt da immer wieder so Szenen, und zum Beispiel da bei, bei dem, bei dem Quorum war das auch so, wenn diese Six tatsächlich was hätte machen sollen, die hatten alle viel zu wenig Platz, um ihre, um ihre Gewehre da überhaupt hochzukriegen. Das ist, das ist einfach so für, ich finde, für ganz viele, ähm, Situationen auf der Galaktika sind die viel zu überdimensioniert in, in ihren Körperpanzern und in ihren, ähm, Sprengschutzbrillen. Und da, da wird es jemand mit einer Pistole wahrscheinlich in, in drei von vier Fällen viel besser hinkriegen. Sieht man ja später. Ja, stimmt. Okay. Ja, nach dem Gespräch, ähm, geht ja dann die Präsidentin, ähm, oder anders, sagt dann, die Präsidentin fragt dann Starbuck offen, ob sie ihr hilft, und Starbuck sagt, ja. Und dann sagt die Präsidentin, ich brauche Hilo. Und dann lässt sie Hilo Balta abholen, denn Balta war ja auch in der Vision. Deswegen will sie Balta unbedingt mitnehmen. Ich frage mich, warum sie nicht, warum sie nicht die anderen mitnehmen will, die in der, ähm, die in der Vision waren. Also, zumindest Athena, ja. Bei der Sex könnte man auch sagen. Ja, der Herrer. Naja, also welche genau das jetzt ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Herrer wollten sich ja nicht in Gefahr bringen, ein Kind, wenn sie schon sehen, hey, das Kind wird in den Gang geführt. Ja. Also, das interessiert die Präsidentin jetzt wirklich. Geht doch hier um die Erde. Mensch. Für die Kinder. Ja, und ich glaube auch nicht, dass Roslyn besonders viel von Sharon hält. Also, die hat immer noch so ein ganz, so lockerflockig, wie die, wie die Zylon Luft schleusen lässt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da wegen, wegen schlechtem Gewissen irgendwie drauf verzichtet, sondern das hat jetzt einfach plotmäßig anders passieren müssen, weil Athena hat ja eine wichtige Aufgabe auf der Galaktika. Genau, und Hera sucht sich ja sowieso selbst ihren Weg. Ja. Ja. Denn die hat ja gleichzeitig auch irgendwie, sie steht ja dann nach. Das hätte auch ein guter Einstieg in den Horrorfilm sein können. Ja. Wie sie einfach so am Bett ihrer Mutter steht und sagt, bye, bye. Und der dann die Augen auskratzt oder so. Oder einfach verschwindet, wie sie es dann auch tut. Ah, nee, das ist dann am nächsten Tag. Habt ihr das auf Englisch geschaut? Entschuldigung. Was geschaut? Habt ihr die Folge auf Englisch geschaut, da sagt sie bye, bye? Ja, circa bye, bye. Oh mein Gott. Auf Deutsch sagt sie nämlich, auf Wiedersehen. Okay. Ja, wie kleine Kinder, dass sie sagen. Auf Wiedersehen, Mutter. Ich habe dich wohl. Ich frage mich, wie das Lippensynchon gepasst hat. Danke für alles. Werte Frau Mutter. Frau Mama. Und am nächsten Tag schaut ja dann noch Athena in dieses Bilderbuch. Und dann hat Hera ganz viele Sechsen gemalt überall. Also nicht die Frau, sondern die Zahl. Ja, doch beides. Echt? Auch die Frau, stimmt ja. Ich habe nur die Zahlen. Ich habe nur die Zahlen. Die hat mal nicht so gut erkannt. Die Zahl hat man besser erkannt. Sehr gut. Sie war schockiert. Was, du machst nicht deine Mama? Keine Mama. Wo ist die Mama? Und Blätter, Blätter. Wo ist die Mama? Nicht die Mama. Nicht die Mama. Ja. Das heißt, Hera hat wohl diesen Traum auch. Ja. Genau. Also irgendjemand kratzt ganz zuverlässig. Ja. Wer kann das sein? Ich habe mich gerade extra gemutet und es liegt nicht an mir. Nee, das ist irgendein Telefon. Ein Telefon? Ich kann meins nicht sagen. Können wir meins mal abschalten. Das ist auf jeden Fall weg jetzt. Ich habe es jetzt mal. Ne, jetzt wieder da. Nein, das ist noch da. Mein Telefon ist es nicht, weil ich habe den Flugmodus geschaltet. Dann mache ich auch mal den Flugmodus. Aber meins hat noch nie Probleme gemacht. Das wäre komisch jetzt. Ja. Ne, meins ist im Flugmodus und das macht noch überknackt. Ich glaube, das ist doch kein Telefon. Das ist ja anders. Ja, das klingt eigentlich auch anders. Das geht ja nämlich so. Ja. Weil das ist ja so, wenn jemand in der gleichen Funkzelle angerufen wird, dann ist das das ja. Das ist ja nicht nur, wenn du angerufen wirst, sondern auch, wenn jemand anderes in der Zelle angerufen wird. Gell? Glück telefonieren hier so wenige Menschen. Ja. Und ich glaube, das gibt es auch mit 4G gar nicht mehr. Wer es denn hat. Okay. Ja gut. Es ist weg. Genauso wie Hera. Als sich Athena dann nämlich umdreht, ist Hera weg. Und das sucht sie dann. Mhm. Ja und zeitgleich, das müssen wir jetzt glaube ich dann jetzt auch erzählen. Jetzt genau. Also so wie, genau. Ganz kurzer Einwurf. Jetzt geht alles irgendwie sehr viel, sehr schnell und vieles parallel. Ja, genau. Mario. Mario. Ja, zeitgleich, ähm, kehrt nämlich die rebellische Six, also die Natalie, zur Galactica zurück. Denn die, das haben wir vorhin kurz erwähnt, sie sagt halt, ja, die Zellen sind halt noch nicht bereit für einen Pakt mit den Menschen, bla bla. Und sie soll das halt jetzt doch nicht durchziehen, ihren geheimen Plan mit dem Centurius und so weiter. Und sie fliegt zur Galactica, um das zu klären und Leoben soll sich um die Centurius kümmern. Sie landet halt dort und marschiert da durch die Gänge mit 10.000 Soldaten. Und zeitgleich sucht halt die Elfina ihre Tochter und auf dem Bastelschiff haben wir halt die Präsidentin und Balta und die wandern auch durch die Gänge. Also dieses Hinwechsel fiel halt wirklich relativ schnell in Stadt, die ganze Zeit. Und das war spannend, fand ich. Ja, fand ich auch cool. Obwohl ja eigentlich gar nichts passiert ist, außer Menschen laufen zu dramatischer Musik durch Gänge. Fand ich das spannend. Ja. Ich fand es doch cool, dass du dann manchmal wirklich auch die Oper dann wieder gesehen hast, kurzzeitig im Hintergrundstaaten-Schiff. Weil die da auch so durch so Gänge laufen und weil sie sich ja auch so zum Kind bückt und so, gell? Ja. Ich meine, das soll halt der Zuschauer jetzt so symbolisieren, hey, schau mal, das hast du seit drei Staffeln gesehen und jetzt siehst du es, wie es wirklich passiert. Und ja, jeder erreicht dann quasi sein Ziel. Die Rebellische Six trifft dann halt auf Hera. Hera umarmt sie halt, warum auch immer. Sie erkennt halt, dass sie halt doch miteinander verwandt sind, wie alle zu lohnen. Ähm, sie umarmt halt die Six. Six, dann kommt gerade die Elfina da vorbei, die zuckt natürlich gleich aus und zückt ihre Waffe und richtet sie auf Six. Und ja, ach, was ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, Tira, sie hat ihn ja auch getroffen. Sie hat ja noch auf dem Deck dann manche angesprochen, hier, hast du meine Tochter gesehen, hast du meine Tochter gesehen? Ja, das war zum Beispiel so eine Szene, die ich vorhin meinte, wo der Chief so, äh, egal, muss Dose öffnen. Und da war das immer, also der, 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 der irgendwie so echt gar nicht, gar nicht richtig, gar nicht richtig da war. Wobei es allgemein, finde ich, sehr gut funktioniert hat, dass Fina läuft so durch das Schiff und ruft den Namen ihres Kindes und alle, die da so zugänglich sind, nein, das ist nicht mein Name, das heißt, ich muss mich nicht mal, soll ich gucken, was da passiert. Das ist nicht meine Szene, ich habe hier nichts zu tun. Aber der Chief läuft ihr dann nach. Ja, und sogar die Duala kam kurz vor ihr. Ja, halt, aber die, die reagiert ja immerhin sogar. Ja. Wobei, die wird auch direkt angesprochen, aber. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, wir können es gleich auflösen, oder? Was dann passiert, oder? Ja, ja, klar. Und zwar wird die Tochter halt wegnommen, also wegnommen nicht, sondern von Chief, der holt sich halt weg von dort und Fina killt die rebellische Six-Metaly. Genau. Bevor die, das ist ja der wichtige Teil, bevor die sagen kann, wir haben euch übrigens eine Falle gestellt. Ähm, und Lioben, der sagt, ja, ja, ich rede mit den Centurios. Ja. Und was hat er gesagt? Kam das bei euch nicht so an, dass die Falle jetzt trotzdem ein Go ist? Weil Lioben sagt, ja, ja, kümmere ich mich. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht so weit gedacht. Ach so. Aber. Weil es ist ja jetzt genau die, die eine Person weg, die das nicht wollte. Naja, aber ich habe es dann, glaube ich, auch nicht kapiert. Sie hat auch gesagt, ich halte sie so lange auf wie möglich. Deswegen ist sie doch hingegangen. Und warum ist das jetzt eine Falle? Nein, die hatten doch ursprünglich, ähm. Ach so, damit Lioben sich. Gesagt so hier, wir können den Menschen nicht trauen. Ja. Damit Lioben das wieder rückgängig machen kann. Genau. Und sie verzögert alles damit, Lioben das rückgängig. Aber Lioben hat ja gar nicht vor, das rückgängig zu machen. Nö, gehe ich auch von aus. Ah, habe ich auch nicht verstanden. Und deshalb ist es jetzt so tragisch, dass die tot ist. Weil jetzt einfach der ursprüngliche Plan weiterläuft. Und dann genau das passiert. Alle betrügen sich gegenseitig. Ja. Ja. Statt zusammenzuarbeiten. Das wird noch spannend in der nächsten Folge. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man ja auch bedenkt, wer jetzt auf diesem Basis, also wer jetzt sich auf den Basisstern begeben hat. Und das war aber auch sowas, wo ich mir dachte, meine Güte, echt, niemand von euch hat sich drüber nachgedacht. Er hat drüber nachgedacht. Nein, wobei, jetzt lass uns erst mal erzählen, was aber passiert. Ja. Ach so. Ja. Ja, also es ist ja so, dass die Präsidentin dann ja sozusagen ihre Clique um sich rum scharrt. Also sagen wir mal für eine Story sehr wichtige Personen, die man ungern... Was ist los, Mario? Ja, will man doch nicht noch so vor dich hin. Sag doch, wenn du was zu sagen hast. Was hast du dir denn gut angeklagt, Mario? Jetzt schon. Jetzt schon. Mach weiter, Ben, bitte. Nein, ich mag nicht mehr. Gut, dann mache ich jetzt weiter. Fallen Sie nicht bescheuert, dass sie sich getötet hat? Sie ist ein Zidol und weißt doch ganz genau, in ihrer Vision war das eine ganz normale Sex mit blonden Haaren und nicht so eine Sex, oder? Muss ich nicht jemanden dabei gedacht, dass es dämlich ist, dass es eh nicht die Sex ist, die ihr jetzt entführt? Naja, ich glaube, das war eher so nach dem Motto, lass mal kein Risiko eingehen. Also, das ist... Ach, was heißt dumm? Ich finde, das hat schon gut gepasst und wurde doch auch ganz gut visualisiert durch diese Gegenschnitte mit dem Opernhaus, dass jetzt genau ihr Albtraum sich zu bewahrheiten scheint, dass eben dieses Sex, dass ihr Kind klaut. Und wenn nicht jetzt, dass es so eine Erinnerung daran ist, dass sie eben diese Vision hatte und dass es in Zukunft passieren wird. Und besser, du schaltest sie jetzt aus und wenn es nicht die richtige Sex war, dann halb die nächste. Aber kein Risiko eingehen, wenn es um dein Kind geht. Also, ich fand das nachvollziehbar. Also, ich kann nicht, da waren lauter bewaffnete Männer, rundherum sogar Tai war dahinter. Ja, die können sich nicht bewegen. Die haben ja eine ganz klare Anweisung bekommen, nichts zu tun. Von Tai, stimmt. Von Tai, ja. Der sagt, nein, 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 nein. Waffen runter. Auch nur, weil sie die Waffe erhoben hat, deswegen. Ach ja, und was man da wieder sehr schön sieht, ist das typische Hollywood, wenn jemand erschossen wird, muss er an einem Seil nach hinten gezogen werden, um zu simulieren, wie krass der Schuss war. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil der Schütze sonst genauso weit nach hinten fliegen würde, wenn er schießen würde. Was? Ja, das ist der Impulserhaltungssatz. Der hat noch völlig krassen Oberarme und kann das abfangen. Ach so, ja, das ist okay. Ja, übelst krasse Oberarme. Außerdem ist das die Zukunft, dass sind Rückstoßdämpfer in die Waffen eingebaut. Die gibt es auch schon in der Gegenwart. Aber nicht so stark. Ah, okay. Aber hier wird das gleichzeitig noch in die Patrone geleitet, sodass die doppelt so stark ist. Okay, okay, okay. Der Rückstoß wird sozusagen wieder in einen Vorstoß umgewandelt. In einen Vorstoß. Die beschleunigt die Patrone umso weiter. Dann macht das alles Sinn. Entschuldigung, dass ich diesen Einwand gebracht habe. Das ist ein Perpetuum mobile, wenn du oft genug in ganz kurzer Zeiteinheit schießt, dann kannst du die Kugeln auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Okay. Das macht Sinn. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Und so funktioniert dann der FTL. Genau. Irgendjemand schießt auf der Galaktie. Es sind eigentlich ganz viele kleine Trolle, die alle gleichzeitig ihre Waffen haben. Auch nur ein Otto-Motor letztendlich. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Gut. Haben wir geklärt. Ja. Ja, Ben. Da ist es wieder. Ja, ich. Genau. Ja. Wo waren wir? Ach so, auf dem Basisstern. Genau. Die Präsidentin ist ja mit Balter, Hilo, dem Verräter hier oben und anderen Zylonen halt auf dem Basisstern und sind, glaube ich, auf dem Weg zu den Hybriden und man sieht halt, dass auch noch andere Menschen, also Soldaten auf dem Schiff sind. Also sie haben den Basisstern jetzt quasi unter ihre Kontrolle gebracht und haben auch einen Teil ihrer Truppen da stationiert, damit sie eben den bevorstehenden Angriff zusammen planen. Genau. Ja, auch ein ganzes, oder das halbe Jägergeschwadert. Genau. Das gibt es ja auch in der Diskussion. Und das war auch eine sehr schöne Szene, die man davor mal gesehen hat, wie diese Jäger überführt werden. Und da hat man den Hangar gesehen, wo vorne sich die Zylonen unterhalten haben und hinten kam dann gerade so eine Viper durch diese Öffnung reingeschwebt und so. Also auch da schöne Aufnahmen. Wollte ich nur sagen. Da hast du ja auch recht. Sie begeben sich ja dann in Richtung des Hybriden und ja, der ist aber ja deaktiviert oder ich weiß gar nicht, deaktiviert, im Standby quasi. Und die Präsidentin möchte dann ja, dass der Hybrid wieder aktiviert wird, damit sie eben ja ihre Fragen stellen kann, ihre Antworten bekommen kann, wie auch immer. Aber genau in dem Moment, in dem Natalie auf der Galactica erschossen wird, erwacht der Hybrid auf dem Basisstern und schrumpft. Ja, naja, weil er wieder eingestöpselt wird. Also der erwacht jetzt ja nicht einfach so. Nee, das war halt nur so ein schöner Übergang sozusagen. Ja. Ja, und er springt mit dem Basisstern und der Präsidentin und den ganzen netten Leuten, die wir so gerne haben, ins Unbekannte. Ja, und wie zur Hölle kann da jemand überhören? Also was ist da los? Wieso kam da vorher keiner auf die Idee, wenn wir dieses semi-selbstständige Schiffkontrollsystem wieder anstöpseln? Vielleicht wird es das Schiff kontrollieren und Dinge tun. Ja, aber die Menschen sind jetzt auf die Schiffkontrollen. Das kann doch nicht, also das kann doch nicht, ich weiß nicht. Ja, das wäre ja so, dass man den Centuriosen einen eigenen Willen geben. Nee, nein. Aber, aber findet ihr, also das fand ich schon ein bisschen, das war wieder so, nein, das ist nicht möglich, dass die, dass die Demetrius zehn Minuten früher sprengt. Plot-Armor. Ja, das war jetzt halt wichtig. Also alles, was wir über die Hybriden bisher wissen ist, die sind durchgeknallt, sie kontrollieren die Schiffe und sie machen ständig Dinge, die keiner versteht und dann bringst du doch nicht so irgendwie da die, die Führungsriege hin und da wird schon gut gehen. Hätten auch ein Funkgerät hinbringen können und einstecken. Stimmt. Hm, ja, ich weiß nicht, also normalerweise machen die ja nicht so einfach Dinge, ohne dass sie, also die steuern ja nicht die Schiffe, das machen ja schon die Zylonen. Doch, das ist doch die ganze Zeit, wenn du denen zuerst, ja, und hier, da. Ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die einfach wild irgendwo hinspringen. Aktiviere Entlüftungsgitter C-35. Die springen doch nicht wild irgendwo hin, ohne dass das die, die menschlichen Zylonen sagen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Normalerweise machen die das so nicht. springen. Die leiten das irgendwie weiter, kommunizieren mit denen über dieses Wasser, wenn sie Hände reinlegen und dann springt halt dann der Hybrid für sie. Aber die wissen ja nicht, dass das jetzt passiert. Warum sollten sie das wissen? Es ist ja nie vorgekommen und ich glaube, die haben auch noch nie jemanden abgestöpselt. Es gibt schon Sinn irgendwie, dass es jetzt so, oh, oh, scheiße. Weil sonst hätten die noch nie einen gescheiten Angriff fahren können, wenn die zu Lohn, wenn diese Hybriden einfach mal so irgendwas machen. Nein, ich finde, also, vielleicht bin ich ja... ein etwas größerer Schisser als ihr. Aber ich, nicht jetzt so aus Menschenperspektive, ja. Mir erklärt jemand, so wie diese Hybriden funktionieren. Dann erfahre ich, die können meine Träume lesen. Die blubbern die ganze Zeit komisch. Also, ja, okay. Ja, das stimmt schon, dass man... Vielleicht bin es nur ich, dass ich da ein bisschen misstrauisch wäre gegenüber diesen semi-selbstständigen Schiffsintelligenzen. Klar, weil wir ja das Schiff schon steuern, das stimmt schon. Ja, aber die hatten bis jetzt halt nicht... Das sind ja keine, die sind ja nicht völlig ohne eigenen Willen. Das ist ja nicht so, dass das einfach nur irgendwie, dass da Befehle transportiert werden und da halt ein bisschen organische Masse außenrum ist. Naja, aber zumindest... Die scheinen ja schon... Wohin Schiffe fliegen ist das ja schon so bisher gewesen. Ne, die haben halt getan, was ihnen gesagt wurde. Ja, das ist aber kein Beweis dafür, dass sie sich nicht dafür entschieden haben, das so einfach zu tun. Naja, aber das Risiko ist nicht besonders hoch, wenn das jetzt schon immer so war, dass es jetzt anders ist. Naja, also bei dem, was die die ganze Zeit von sich blubbern, würde ich jetzt einfach behaupten, das spricht schon dafür, dass da Dinge passieren, die nicht so ganz, die nicht einfach nur Befehlsausführung sind. In welcher Situation haben sie denn denn eigentlich rausgezogen? Äh, als hier Dings erschossen wurde. Da ist sie ja auch schon völlig durchgedreht, oder? Deswegen haben sie die ja überhaupt erst ausgestöpselt. Ja, da ist doch eine von den Athenas, also ich weiß die Nummer nicht, aber eine von denen ist doch dann von dem Zylon erschossen worden, der dann von, äh, Zenturi, ja. Ja, ja. Nachdem sie hier, ah, müde. Nein, es ging um ihre Reparatur und deswegen wollte man sie abstecken, die hat aber ganz halt gelabert und gelabert. Nachdem Starbuck ihre Prophezeiung gegeben hat. Ja, genau, und dann ist sie halt erschossen, weil das Blut war ja dann halt drinnen in, keine Ahnung, Hybridflüssigkeit und dann ist sie durchgedreht und dann hat man einfach seinen Stecker gezogen. Man hat's eh vorgehabt, sowieso. Man hat's eh vorgehabt und deswegen hat ja der Zenturier überhaupt erst geschossen. Ja, und sie liest ja keine Träume, die Hybriden, die sind ja so, das hat mir schon, glaube ich, in der ersten oder zweiten Staffel eh gesagt, ähm, die wissen selber nicht, was sie von sich geben, aber so wie's ausschaut, erzählen sie mal solche Prophezeiungen und so. Ja, das mit, sie liest meine Träume, das hab ich in dem Teil erzählt, wo ich sagte, ich nehm jetzt mal hier die menschliche Position ein. Ich weiß eh. Ja. Die können deine Träume lesen. Schau, das ist gerade eine Frau, die gerade im Stern liegt, ihr nicht mehr lange zu leben hat und sie will endlich scheiß Antworten haben und ich denke, wenn du wirklich aufs Ziel willst, ja, du blockst einfach ab, du willst jetzt sofort dorthin, es ist scheißegal, was du machst, sie denkt ja nicht mehr rational, das ist ja so. Sie war ja sicher leichtsinnig, ja, aber du denkst nicht drüber nach, was die Konsequenzen sind danach, erst später realisierst du es ja. Das kennst du ja auch von deinem Leben wahrscheinlich, wenn du mal irgendwas machst, das hat jeder schon mal erlebt von uns. Ja, ja, aber ich kann zumindest mit Sicherheit behaupten, ich bin noch nie auf ein fremdes Raumschiff, wo ich nicht wusste, ob ich das nicht irgendwo in einem anderen System teleportieren, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, aber du bist vielleicht schon mal in den Zug eingestiegen und dann irgendwo rausgekommen, wo du nicht hin wolltest. Ja. Ja, da war ich aber noch, da war ich noch nicht mal strafmündig. So wie die Präsidentin jetzt, weil die ist nämlich unter Drogen. Ja. Aber zumindest die Zylonen hätten doch vielleicht mal was sagen sollen, oder? Oder glaube ich, das ist gewollt gewesen. Ich glaube halt einfach auch, auch die Zylonen verstehen die Hybriden nicht wirklich. Oder war das Teil der Falle und sie haben sie jetzt entführt. Ja, das könnte halt auch sein, aber das wissen wir nicht. Ja, genau, deswegen frage ich ja, was ihr denkt. Ich glaube ja nicht, dass die Zylonen die Hybriden so voll unter Kontrolle haben und das wissen wir auch. Nee, das glaube ich auch nicht. Sondern so ein, bisher ging es immer gut, lass mal hoffen, dass es so weiter funktioniert. Ja, aber das, da gehe ich halt nicht mit, weil die haben ja schon die Kontrolle da über das Schiff. Also die, das ist schon richtig, dass die irgendwas vor sich hin prappelt. Aber die springen ja nicht, ohne dass sie den Befehl dazu kriegen. Ja, bisher nicht. Ja, bisher nicht. Na gut. Ist auch egal. Letztendlich glaube ich, dass es genauso war, wie du gesagt hast. Man kann die nicht 15 Minuten später springen lassen. Das ist natürlich der Dramaturgie geschuldet. Ja, ich meine, das war ja auch ein cooler Shot, wie sie sie einstecken, Kamera fern auf den Hybriden, Hybrid schreit, Jump und auch so, schlupp. Und Gator singt. Und Gator singt. Echt? Bei mir hat sich auch Widersingen gesagt. Was? Nein. Das wäre aber witzig. Das wäre richtig witzig, wenn dann der deutsche Titel der Folge auch noch auf Wiedersehen gewesen wäre. Alle sagen einfach ständig nur auf Wiedersehen zu. Auf Wiedersehen. Rund um die Uhr. Servus. So laut schreien wir in Hybrid. Wir haben ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass Roslyn hier Madame konfrontiert. Über ihre Sex-Geschichten. Ja. Das können wir noch machen. Genau, wir haben aber schon eine Stunde 15 lang gesprochen. Lass uns das noch kurz abhandeln. Achso, ich dachte, das hätte ich gerade getan. Ja, sie redet halt mit Tori und zeigt ihr halt, dass sie offensichtlich weiß, was da Sache ist und eigentlich das ganze Schiff weiß, was Sache ist, weil sie jeder immer wieder gesehen hat, wie sie quasi zu Balta in sein kleines Domizil gelaufen ist. Sie ist jetzt halt auch die persönliche Mitarbeiterin der Beständen. Das ist jetzt nicht die anonymste Person der Flotte. Jeder weiß, wie sie aussieht, wer sie ist und so weiter und so weiter. Und die Präsidentin konfrontiert sie damit, indem sie sie sozusagen erpresst, verfasst, dass sie jetzt einen Auftrag erledigen soll. Die Präsidentin passt aber nicht, dass Tori das natürlich selbst war, die sie sozusagen verraten hat. Also, weil die Präsidentin gibt ihr ja jetzt den Auftrag, sie soll den Spitzel finden. Oder habe ich das jetzt falsch? Ja, genau. Und der Spitzel ist ja ganz offensichtlich Tori selbst. Das sagt sie ja dann hinterher auch zu Balta, weil sie ihn dann noch irgendwas fragt, genau zu diesem Thema. Zu diesem Thema Träume und Oper. Ja, weil Balta sie ja fragt, warum muss ich dann auch mit auf den Basis stehren? Ja. Nee, das fragt ja die Präsidentin, oder? Ja. Ich meinte aber, wo sich dann Tori mit Balta unterhält. Da wird ja nochmal klar, dass sie sozusagen die Information selbst von ihm bekommen hat. Oder umgekehrt, ihm gegeben hat. Genau, also Tori hat Balta gesagt, dass die Präsidentin Träume hat, zusammen mit den Zylonen, oder? Das ist doch der Punkt. Ja. Die Präsidentin glaubt aber nicht, dass das Tori ist, aber sie weiß, dass Tori mit Balta schläft. Und will jetzt, dass sie es rausfindet, wer es war. Aber hat Balta das nicht an Tori weitergegeben? Und er selbst hat das quasi von seiner eigenen Sex erfahren, die ihm das mitgeteilt haben? Ja, das ist ein bisschen komisch. Warum sollte denn ... Es geht doch um den Spitzel. Und wenn Balta es sowieso ... Wieso sollte es denn Balta an Tori weitergeben? Weil Balta hat es doch in seinem Radio verbreitet. Ja, oh ja, Quatsch. Nee, Balta hat es quasi verbreitet, aber er weiß es nicht von Tori, sondern von seiner Caprica-Sex. Ach so. Oder sogar, weil er auch den Traum hat. Ja, das kommt noch dazu, genau. Weil der ja kommt ja dann auch in dem Traum vor. Ich glaube aber, jetzt sieht man ihn jetzt zum ersten Mal, oder? Hat man ihn auch vorher schon da drin gesehen? Also, sicher bin ich mir da nicht. So wie es hier gezeigt wird, kann das sehr gut sein, dass man ihn da bisher nicht gut gesehen hat. Weil der wird ja hier erst nur als so lichtumhüllter Schatten gezeigt, der dann irgendwann erst erkennbar wird. Kann schon sein, dass man ihn bisher gar nicht erkannt hat. Aber dann heißt, dann hatte ich doch nicht recht, dann ist Tori doch nicht der Spitzel. Aber sie hat jetzt nur keine Chance, einen Spitzel zu benennen, weil es keinen gibt. Also zumindest keinen im näheren Umkreis der Präsidentin. Ja, also der Spitzel wäre sozusagen dann ja Balta selbst. Er hätte sich selbst bespitzelt. Wenn er es durch den Traum selbst erfahren hat, meine ich. Ach, das ist verwirrend. Ja. Okay, aber irgendwie scheint es auch Tori tatsächlich leid zu tun, dass sie die Präsidentin hintergangen hat. Ach was, es tut dir leid, dass sie erwischt wurde. Meinst du? Ja. Das sagt ja die Präsidentin auch, oder? Sowas ähnlich. Das glaube ich ja. Die hat also, so wie sie uns in den letzten Episoden gezeigt wurde, glaube ich nicht, dass sie deshalb ein schlechtes Gewissen hat. Skrupelloses Biest. Also die genießt doch gerade total ihr neues Leben. Ich meine, die hat hier Madame einfach mal geluft schleust und hat keine Sekunde das Ganze irgendwie bereut. Lässt die ganze Zeit noch hier den Chief sich bei ihr ausholen. Also ich glaube nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie da erzählt hat, dass Rosalind Träume hat. Oder nicht. Was auch immer da jetzt wirklich passiert. Was da auch immer passiert ist, genau. Okay. Na gut. Gibt es noch essentielle Sachen, die wir vergessen haben? Sonst würden wir jetzt zur Bewertung kommen. Nö. Dann kommen wir jetzt zur Bewertung. Gut. Ben. Ach so. Ja, also mir hat ja die letzte Folge, ich glaube im Gegensatz zu euch, nicht so gut gefallen. Aber die hier war jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen mehr meins. Auch weil jetzt so ein bisschen Schwung in die Story kommt mit der Sache, dass sie das große Wiederauferstehungsschiff, beziehungsweise diesen Auferstehungshub, wie sie ihn nennen, finden und gegebenenfalls zerstören wollen. Ja, fand ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte, die sich da langsam entwickelt und wo wir jetzt hoffentlich auch mehr erfahren. Wer weiß, wo das Basisschiff gerade hingesprungen ist. Vielleicht sehen wir das Ding ja auch schon in der nächsten Folge direkt. Wobei ich glaube, man hat es glaube ich jetzt schon gesehen, ne? Haben wir das überhaupt gesagt? Nee. Hat man das gesehen? Ja. Haben sie nicht. Es gibt doch so eine kurze Szene mit diesem Aufklärer, die Fotos machen. Genau, Racetrack springt doch mit ihrem Raptor dahin und macht ein paar Fotos. Racetrack, natürlich. Mit ihrem Kumpel. Skulls. Mhm. Wer kennt sie nicht? Simon und Garfunkel. Heißt die? Genau. Auf jeden Fall hatten wir es gesehen. Nein. Zurück zu mir. Es war eine schöne Folge. Wow, das kommt aber früh hin. Weiter. Wie oft hast du diesen Namen schon gehört? Ich habe mir noch nie Gedanken darum gemacht. Welchen Namen? Racetrack. Habe ich auch noch nicht gehört. Und Tim hatte ja am Anfang schon gesagt, dass die Folge wirklich ein paar schöne Bilder und Kameraeinstellungen hat. Das fand ich auch. Also ist mir auch besonders in der Folge aufgefallen im Vergleich zu den letzten Folgen, dass die tatsächlich optisch auch vieles zu bieten hatte. Und im Großen und Ganzen gebe ich der Folge ... Na ja, mit dem Lied von Gator zusammen gebe ich der Folge sieben Punkte. Das klang jetzt aber wie mehr. Okay. Phil. Ja, ich gebe der Folge acht Punkte. Also wegen ... Mario. Ja, ich stimme Ben dem alle zu. Das war gut inszeniert. Die Handlung nimmt mal wieder ein bisschen Schwung auf. Ich hoffe, dass Balter vielleicht mal jetzt in Kürze wieder rauskommt aus seinem ... Ich hänge hier mit meinen Gläubigen ab und halte die ganze Zeit Predigen, weil ich finde den da unglaublich verschenkt. Wie sich diese Dynamik entwickelt unter den vier enttarnten Final Five, wenn so die Gefahr der Enthüllung immer näher kommt, finde ich spannend. Die Inszenierung in der Folge war einfach gut. Eben hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass selbst so simple Sachen, bei denen völlig klar ist, es geht hier jetzt nur darum, schnelle Kameraschnitte, spannende Musik, es soll spannend sein. Aber es hat halt funktioniert und dann muss man das nicht irgendwie, finde ich, weg intellektualisieren. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Also ich habe an der Folge wenig zu meckern. Der Chief könnte ein paar Kilo abnehmen. Deswegen nur acht Punkte. Deswegen nur acht Punkte, genau. Drei Punkte. Super. Mario. Der Haare schneiden reicht halt nicht zum Abnehmen. Ja. Ja, stimmt. Mario. Ja, ich fand die Folge eigentlich gut. Ja, ich fand es wirklich gut. Ich gebe der Folge nämlich auch acht Punkte wie der Phil. Ben und Phil haben jetzt eh schon recht viel gesagt. Ich habe jetzt nichts dazu hinzuzufügen. Ich fand halt den Cliffhanger am Ende jetzt ziemlich, ziemlich cool. Und auch den ganzen Wechsel zwischen den drei Parteien jetzt halt, also opaartig, sage ich jetzt mal, die opaartige Szene. Ähm, hat ziemlich cool gemacht. Ähm, ja, acht Punkte. Ich habe noch eine Frage. Ähm, die, die zu lohnen Schiffe, die sind ja auch alle so teilorganisch, haben wir ja schon gesehen. Ähm, wächst an den Basisstern jetzt eigentlich wieder alles zu? Ja, haben wir das nicht gezeigt? Wenn man den jetzt einen Monat schlafen lässt und der Hybrid nicht die ganze Zeit durch die Gegend springt. Die Six hat das aber tatsächlich gesagt. Es dauert eine Weile, bis ich das Schiff selber repariert. Habe ich wohl gut aufgepasst. Ja. Okay. Okay. Ich habe die Frage nie gestellt. Dann. Die Szene wird nie wieder gezeigt. Dann komme ich noch zu meiner Bewertung. Ähm, ich. Ich sage jetzt auch mal, ihr habt ja eigentlich alles schon gesagt. Das muss man ja als Letztes mal sagen. Und, ähm, mir hat die Folge besonders gut gefallen, weil sie sowohl spannend war, als auch optisch interessant. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Und, ähm, ich musste mich echt zusammenreißen, weiterzugucken. Ich hätte am liebsten die nächste jetzt gleich geguckt. Nicht weiterzugucken meinst du? Ich musste mich zusammenreißen, nicht weiterzugucken, richtig. Weil ich habe natürlich nicht weitergeguckt. Natürlich nicht. Nein. Ähm, wirklich nicht. Ähm, aber ich hätte am liebsten gern weitergeguckt und ich habe kurz überlegt. Und deswegen gebe ich der Folge neun Punkte. Weil das hatten wir schon länger nicht mehr, dass da, dass mich so eine Folge so mitgenommen hat. Und außerdem habe ich der Folge, der letzten Folge acht Punkte gegeben. Und die ist viel besser als die letzte Folge. Deswegen muss ich aber mindestens neun Punkte geben. Und das habe ich hiermit getan. Ähm, ja. Schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Letzte Worte. Wenn? Äh, 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 äh. Okay, weißt du, wie du es schreibst? Das ist übrigens der neue Folgentitel. Oh Gott, mir fällt tatsächlich überhaupt nichts ein. Wie hat die Präsidentin nochmal hier Balthas Schergen genannt? Nymphen? Nymphentruppe oder was? Nymphensquad, glaube ich. Nymphsquad hat sie im Englischen gesagt. Genau, das sind meine letzten Worte. Nymphsquad? Nymphsquad, okay. Okay, dann, Phil. Lügner Lioben. Okay. Mario. Auf Wiedersehen. Dann sage ich. Sprung. Ausrufezeichen. Ich glaube, ich habe übersteuert. Nein, das ist aber nicht gut, meinem Sprung auch noch zu übersteuern. Kann sehr gefährlich werden. Wenn da hinter ein Abgrund kommt oder so, ist das ziemlich doof. Ja, schweißen wir runter. Okay, dann macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe gerade nochmal durch die Folge so durchgefasst forwarded und es gibt echt so relativ viele Shots von unten gefilmt. wie Menschen mit grimmigen Gesichtern durch Gänge schreiten. Okay. Auch wie Schiffe mit grimmigen Gesichtern durch den Weltraum fliegen. Auch von unten gefilmt oft. Vielleicht. Bei den Zilonen ist das gar nicht weiter. Ich dachte, du sagst jetzt, wie Schiffe durch Menschen schreiten. Nein. Das wäre ja absurd. Menschen genannt Römer gehen das Haus. Verstehe ich nicht. Ich muss übrigens nochmal sagen, wie wir es alle nicht gemerkt haben, dass wir letzte Woche die B-Handlung hatten, bei der sich die Präsidentin ihrer B-Handlung unterzieht. Peinlich, dass wir es nicht gemerkt haben, aber es ist ja wunderbar. Ja, ich musste sehr lachen im Zug. Und alle gucken so, hä? So Witze würde ich ja gerne mit Absicht machen. Die Präsidentin unterzieht sich ihrer B-Handlung. Ach, war das schön. Ja. Keiner hat es gemerkt. Tatsächlich nicht, ne. War also nicht gut. Wir können das aber alle nochmal im Podcast nachhören. Ja. Nee, da war ich ja dabei. Das kann ich ja dann nicht nochmal hören. Soll ich dir eine Version schneiden, wo deine Spur weg ist? Oh ja. Stattdessen hört man dann immer irgendeinen Vogelgezwitscher oder so. Krallenzirpen. Ja, und dann war das so. Seehund. Genau, genau, genau. Das wäre cool. Das würde ich mir auch anhören. Die Folge war wieder extrem lang. Die war ja auch extrem gut, hast du gesagt. Das stimmt. Deswegen hätten wir die ja extrem kurz abhandeln müssen. Oh, oh, irgendwas stimmt nicht. Speichern, speichern. Nee. Ab hoch, ab hoch. Ach so, nee, alles ist gut. Ab hoch, ab hoch. Ich habe mich gerade gewundert, dass auf der Soundspur, also auf der Musikspur, mehrere Intros sind, aber das waren ja diese... Also eigentlich, wenn wir zwei Folgen aufnehmen, wären wir so circa um halb zehn fertig. Ja. Das ist kaum ein Unterschied. Eben. Wollte ich jetzt nochmal anmerken. Aber ich finde, die Folgen sind besser, wenn wir immer nur eine machen. Ja, ich finde das auch. Also wenn ich die Bewertung anschaue von letzten Folgen, nein. Ja, genau so hat Ben das gemeint. Die tatsächlichen Battlestar Galactica Folgen werden besser, wenn wir nur eine pro Folge aufnehmen. Das dürfte ich doch nicht machen, wenn ich gerade trinke. Die Folgen werden besser, wenn du vorher trinkst. Das ist oft so. Wir können ja mal irgendwann eine Folge über irgendwas machen, währenddessen wir trinken und so nach einer Stunde ist es dann richtig gut. Nur dürfen wir die nie online stellen. Ich habe das alleine, habe ich das, also nicht alleine, aber ich für mich habe meinen Teil da schon ein paar Mal zu gehandhabt. Okay. Aber man muss es dann halt am Ende auch merken. Also die anderen müssen es merken, dass wir getrunken haben. Ja, dann müsst ihr euch halt mehr anstrengen. Ach so. Das verstehe ich. Oder du musst mehr trinken. Oder ich muss mehr trinken. Heute hatte ich nur Wasser, weil ich immer noch, weil ich immer noch nicht ganz gesund bin und ich jetzt die Schnauze voll habe und ich jetzt keinen Alkohol trinke. Und du meinst, das hilft? Naja, Alkohol trinken hilft zumindest nicht beim Gesundwerden. Was ist denn das Problem dabei, dass der Körper auch noch mit Gift umgehen muss? Ja. Ah, okay. Das sehe ich ein. Das sieht er ein. Was, das wird sich mal betrunken aufnehmen. Ich bin dafür. Das können wir ja bei einer Sonderfolge machen. Ja, Star Wars. Wenn wir über die Politik in Deutschland reden. Ja, das werden wir bestimmt tun. Kann ich aber kaum mitreden. Doch, doch. So weit entfernt sind wir nicht. Na ja, du musst ja nur ein paar Buchstaben austauschen. Also ich meine, über Nazis kannst du auch reden als Österreicher. Das stimmt, da kenne ich mich gut aus, ja. Da hat ja die Partei nur andere Buchstaben, aber das passt schon. Ja. Wir können ja über australische Politik reden. Das ist ja auch deprimierend. Ich finde, dass ich australischen Akzent immer raushöre. Geht das euch auch so? Ja. Wenn man die Leute... Also so wie, weiß ich nicht, das ist so, finde ich so, wie zu sagen, du hörst schottischen Akzent immer raus. Der ist ja jetzt nicht ganz subtil. Naja, gut, dann liegt es vielleicht da dran. Aber es gibt ja auch dieses Cockney-Englisch, das klingt ja auch so ein bisschen so. Hat Cock gesagt. Ich sagte Cockney. Also kein Cock. Ney. Ney und jey. Ney. Oh wow. Ja, Englisch ist halt so eine Sache, ne? Texaner hört man auch immer raus. Finde ich nicht, dass ich das hinkriege. Wenn du es nicht verstehst, ist es ein Texaner. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da mitgehen kann. Dann ist es ein Südstaatler. Vielleicht umgekehrt. Wenn es ein Texaner ist, verstehe ich es nicht. Aber wenn ich es nicht verstehe, ist es ein Texaner. Ich habe das Englisch einfach mit vorausgesetzt. Ja, es könnte auch ein Iris sein. Oder ein Schottel. Oder ein Australier. Verdammt, es werden immer mehr von denen. War nicht in der vierten Staffel auch irgendwann dieser Autorenstreik? Das wollte ich nochmal gucken. Die war doch aufgeteilt in zwei Staffeln, oder? Das war sie. Das kommt mir so vor, als hätten wir da erst kürzlich drüber geredet. Nee, beim letzten Mal hat jemand gesagt, das hast du bestimmt im Podcast gehört. In der letzten Folge hat nämlich jemand gesagt, dass die Folgen in der vierten Staffel irgendwie bis jetzt nicht so gut sind. Und da ist mir jetzt im Nachhinein eingefallen, war das nicht vielleicht da gerade, wo der... Das war ich. 2007 bis 2008 war das. Was war da? 2007 bis 2008 war der Streik. Nur die zwei Folgen? Der war doch ein Jahr lang, oder? Nein, ich meine 2007 bis 2008. Achso. Aber das würde ja tatsächlich sehr gut passen gerade, weil... Und wann war das? Hier? Ja, Staffel 4 wurde 2008 ausgestrahlt. Ah, genau. April 2008. Dann war das bestimmt da. Ja, ich hatte gesagt, dass mir das so vorkommt, als müssten die irgendwie die Story noch auf mehr Folgen aufteilen und so eine Lückenfülle eingebaut haben. In 2008, wo es das beendet und zwar im Februar. Okay. Dann passt es ja doch nicht. Ja, viele Serien haben wir drunter geredet. Im April sind die rausgegangen. Sind die schon okay, dann passt doch. Das passt total gut. Ja. Wir können ja mal gucken, ab wann wir das Gefühl haben, dass sie besser werden. Ab dieser Folge hier. Ja, jetzt war schon ganz ordentlich. Ja. Ist aber immer noch 2008er-Produktion. Ja, aber die werden ja auch, glaube ich, die drehen doch nicht alle ab und fangen dann an, oder? Die werden doch schon ausgestrahlt. Die drehen die auch, glaube ich, nicht in der richtigen Reihenfolge. Doch, das glaube ich schon. Glaubst du? Also, das ist ja heutzutage, ich weiß nicht, ob das da auch schon so war. Ja, also, wie willst du das bei Gator zum Beispiel erklären? Du kannst ihm doch nicht das Bein absägen und dann soll der Szenen drehen, wo er noch beide Beine hat. Also, heute wird das ja tatsächlich oft so gemacht, dass die Folge tatsächlich ein paar Tage später ausgestrahlt ist. Nachdem die ausgestrahlt wird, nachdem die auf... Die haben ja komplett abgedreht und dann kam es einen Monat später. Ah, okay. Also, bei der letzten Staffel weiß ich. Ich glaube, bei halbem Jahr spät ist das rausgekommen. Die hatten, glaube ich, schon viel Postproduktion. Da kannst du das... Du kannst ja nicht, was weiß ich, noch die Drachen jetzt noch schnell in zwei Tagen da reinmachen. Das rendert wahrscheinlich länger. Aber ich glaube, bei Netflix-Serien, wo es dann wirklich drunter steht, wöchentlich wird es veröffentlicht. Ich glaube, die dreht es doch noch irgendwie. Stimmt, das hast du mal gesagt, Phil, dass es deswegen nicht alle auf einmal kommen, weil das noch gar nicht gedreht ist. Was? Was war denn das? Habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Bei irgendeiner Serie hat er die Netflix... Also, beim Großteil der Serie liegt es einfach daran, dass sie die einkaufen und dass sie die halt nur wöchentlich veröffentlichen dürfen. Ach so. Dann habe ich es vielleicht falsch verstanden. Also, weil dieses Netflix Original, das heißt ja nicht, dass es eine Netflix-Produktion ist. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Nur, wir haben die erste Ausstrahlungsrechte. Ja. In dem Land. Bei South Park weiß ich das noch. Die haben da früher so ein großes Ding draus gemacht, dass die ihre Folge wirklich innerhalb von einer Woche schreiben und produzieren. Ja, da habe ich ein Interview gesehen mit dem Machern. Da haben sie es auch erzählt, dass sie wirklich nur eine Woche Zeit immer haben und das ist voll der Stress für sie. Ja, naja. Die haben mal nicht geliefert. Aber die haben es dann mal nicht geliefert, pünktlich, wie es sein sollte. Und da waren sie ziemlich böse. Und da haben sie dann irgendeinen Scheiß gedreht quasi mit der Folge und die waren nicht so gut auch, wie man raussuchen. Ja, aber ich habe da wenig mit. Also, ich finde das toll. Da kannst du unglaublich zeitaktuell sein, aber niemand zwingt dich dazu. Also, das ist ja selbstgewähltes Leid, wenn du einfach so aktuell sein willst. Die machen das ja aber auch wirklich nur 10 bis 12 Wochen lang oder so und das war's. Weil es gibt ja noch 10 Folgen in der Staffel. Echt? Ja. Das haben es damals gekürzt. Also, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich hätte gedacht, dass das auch so 20 Episoden in Staffeln sind. Die haben gesagt, es geht nicht mehr, weil sie wollen jetzt bessere Folgen liefern, deswegen machen sie immer lieber 10. Und die kommen seitdem auch viel besser an. Aha. Weil du wirklich den Unterschied merkst von Qualität her und auch vom Horror. Okay, aber das heißt, früher waren das schon 15, 16 waren es circa. In unseren Zeiten waren das noch längere Staffeln. Ja, genau. War es immer noch South Park? Ja, das ist, glaube ich, wo ist denn das? Staffel 22, glaube ich jetzt. 22, ja. Irgendwann ist es überhaupt mal gut. Ja, ja, da war ich noch in der Schule, als es gestartet ist. Noch ein ganz großer Skandal. So wie Tanz der Teufel. Bestimmt. Das war zwei, drei Tage vorher, aber ja. Mit South Park bin ich nie warm geworden, auch wenn ich ein paar Folgen gesehen habe, die ich gut fand. Also, weil die halt sehr satirisch sind, finde ich die schon gut, aber die haben halt immer diesen scheiß Fäkalhumor. Haha, ich habe scheiß Fäkalhumor gesagt. Wobei die, also irgendwann später, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das Staffel eher Staffel 10 oder eher Staffel 15 war, aber die wurden schon irgendwann, finde ich, richtig, richtig gut, so im Sinne von, nicht mehr die ganze Zeit Fäkalhumor, sondern wirklich, wirklich so. Ja, die haben halt wirklich die Geschehnisse abverarscht. Genau. Ja, aber halt auch nicht nur verarscht, sondern auch, ich finde, da waren teilweise wirklich, wirklich schwere Episoden auch dabei, also die sich mit richtig ernsten Themen ausgesetzt haben. Und die auch nicht unbedingt immer, immer positiv aufgelöst waren. Jetzt hast du uns runtergezogen. Eine, drei Minuten für South Park. Ach man. South Park. Ich habe auch schon die neue Staffel von Disenchantment geguckt. Ja, ich auch. Ja, ich fand es jetzt auch tatsächlich nicht so toll, aber auch, ich habe es trotzdem schnell weggeguckt. Ja, ich auch. Also, ich gucke das immer noch gerne. Ich finde die Elfennamen immer so lustig. Da muss ich immer lachen. Zum Beispiel? Der, der immer schockiert ist, Schoko. Auf Deutsch halt. Schoko. Schoko. Das ist Schoko. Auf Englisch ist es wahrscheinlich viel besser, aber trotzdem muss ich das mal lachen. Ich muss jetzt halt an Schokolade denken. Ja. Schoko. Haben es ein bisschen blöd übersetzt. Was willst du nehmen als Elfenname? Wie heißt es denn auf Englisch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder. Schocking wahrscheinlich. Ich gucke gerade, es war einmal das Leben auf Netflix. Okay. Oh ja, das ist schön, dass das jetzt da ist. Ich auch die erste Folge. Das habe ich das Kind immer geguckt. Ja. Ich glaube immer noch, dass das im Körper so funktioniert. Ich wüsste nicht, wie es anders gehen sollte. Leber und Kroßhörn. Nein, so funktioniert das nicht. Nicht? Verdammt. Ich muss immer, wenn jemand, wenn jemand Grüsschen sagt. Wir haben dieses Jahr fast gar keinen Impulssender gemacht. Ja, ich gucke regelmäßig, aber ich habe mich ja schon, Film ist schon festgelegt, aber der Film ist einfach nicht verfügbar. Hm. Hm. Wir haben dieses Jahr fast keinen Impulssender gemacht. Das ist ein bisschen untertrieben. Der letzte ist vom 25.12.2018. Hoppla, okay. The Leftovers 3. Ach, wow, das heißt, also hier, alle mit Film ist noch länger her. Richtig. Der letzte war mal Holland Drive, 24.6.2018. Krass. Boah, krass. Kommt mir nicht so lange vor. Mir auch nicht. Dafür direkt davor am 4.6. Solo. Hm. Ja, na ja, also ich sage mal, Januar ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Da gibt es ja dann wieder ein. Ja. Ein Duo. Duo? So nach Solo. Hm. Ist die Fortsetzung von Solo. Ja. Ja, 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 ja. Weil er ja jetzt Chewie kennengelernt hat und dann fliegen wir jetzt zu zweit. Ist okay, wir haben es, ja, ist gut. Witz zu erklären, macht es nicht besser. Wenn ihr es nicht kapiert, muss ich es doch erklären. Wir haben es ja verstanden. Das ist ja wohl offensichtlich notwendig. Was soll ich machen? Es ist eine sehr gute und wunderbar lustige zweite Episode nach einer ersten. Auf sowas muss sich ein Filmtitelmacher erst mal kommen. Was rede ich hier eigentlich? Muss sich kommen, meine Güte. Ah, ich würde bei Netflix gerne sagen können, ich möchte diesen Trailer nicht mehr sehen. Ich bin nicht interessiert. Ja, das würde ich gerne nicht global sagen. Ja, ja, das, das, natürlich, das wäre richtig toll. Aber zumindest lass mich mit dieser, mit dieser Teenie-Serie in Ruhe. Ich möchte sie nicht sehen. Obwohl ich habe auch, ähm, muss ich ja auch sagen, ich habe ja auch, wie hieß das denn? Sex Education nur wegen dem Trailer geguckt. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich kriege zur Zeit ständig diese, diese Zombie-Teenie-Serie angetrailert. Und ich habe den Trailer jetzt schon, ich möchte ihn nicht mehr sehen, ja? Ich habe kein Interesse. Dann guck doch einfach die Serie. Genau, dann kommen wir vielleicht nicht mehr. Unvergräßte Mark. Sex Education war aber tatsächlich gut, das möchte ich auch. Das habe ich nur geguckt, angefangen, weil da Scully mitgespielt hat. Ja. Aber es war auch insgesamt gut. Ist ja auch geil. Äh, gut. Die hat, die hat auch irgend so eine Krimi-Serie auf Netflix, da, die, die ist auch gut. Die habe ich noch nicht gesehen. Die hieß The Fall oder so. Okay. Aha. Ich glaube The Fall. Der Herbst oder Der Fall? Tja. Das ist doppeldeutig. Das wirst du auch finden, wenn du dir die Serie anst. The Fall. Ich kann ja einfach nach Scully sagen. Nein, ich weiche dir jetzt einfach nur aus, weil ich mich nicht erinnern kann, weil der Titel überhaupt keine Rolle spielt. Okay. Ich kann nicht nach Scully suchen. Ich muss nach Jillian Anderson suchen. Aber echt funktioniert Scully nicht? Offensichtlich nicht. Scully. Offensichtlich nicht. Sauerei. The Fall tatsächlich. Erster Treffer. Sex Education zweiter Treffer und Ibiza dritter Treffer. Piggy Blinders? Nee. Spielt ihr da mit? Nein. Ach, die Serie wollte ich auch noch gucken. Da habe ich zuletzt was drüber gelesen. Piggy Blinders? Mhm. Ja. Du hast zuletzt Phil was von erzählt. Ja. Ja. Deswegen habe ich drüber gelesen. Man darf halt der Inszenierung nicht müde werden, weil die wiederholt sich schon sehr. Ja, ich habe in die Castliste geguckt und war überrascht, wie viele bekannte Gesichter da mitspielen. Ja. Tom Hardy. Ja, ja. Sam Neill. Sam Neill, ja. Der spielt den Polizisten. Und hier Dings, den aus Game of Thrones, da kennst du den doch auch, der Littlefinger, der spielt auch mit. Ja, der Littlefinger, der spielt da mit. Ja, und hier Cillian Murphy spielt auch eine der Hauptrollen. Ja, der spielt die Hauptrolle. Ja, die Hauptrolle, genau. Den finde ich auch gut. Den gucke ich mir auch immer gerne an. Irgendwo hat doch Sam Neill auch mal in einem Film mitgespielt in letzter Zeit. Da habe ich gerade ziemlich alt in letzter Zeit. Zu einem Indie-Film aus den 90ern. Von dem man heute nichts mehr hört. Ach ja. Das war auch ein toller Film. Oh ja. Die Mächte des Wahnsinns war besser. Oh, ja. Ja, also den, na, weiß ich nicht, aber der hat ein tolles Ende auf jeden Fall. Ja. Aber, ah, der ist aus Neuseeland, wusste ich auch nicht mehr. Nee, der sieht ja doch noch genauso aus wie früher. In Thor Ragnarok hat er mitgespielt. Okay, aber das stimmt. Bei diesem Auftritt, dieses Theaterschauspiel. Ja. Und Matt Damon hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ja. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas gesehen habe, wo der mitgespielt hat, aber ich tatsächlich... Habe ich das wohl verwechselt. Vielleicht habe ich es auch einfach mit jemand anderem verwechselt. Ja, genau. Stimmt, Merlin hat er ja auch, Merlin, gespielt. Ja, den Fernsehfilm. Ja, das waren zwei Teile oder so, oder? Oder drei Teile. Mindestens, ja. Den mochte ich. Als Teenie mochte ich den sehr. Ja. Nee, aber tatsächlich in letzter Zeit hat er bei nichts mitgespielt, was ich dachte. Nee, aber er wird im neuen Jurassic Park wieder mitspielen. Vielleicht habe ich das gelesen. Das kann sein. Und da spielen alle wieder mit, habe ich nämlich gelesen. Barsie, ja. Ja, ja, auch der andere. Und auch die Dingens, wie heißt sie? Dr. Settler. Dr. Settler. Ja, die spielt auch wieder mit. Laura Dern. Die Pew Pew. Ja, Pew Pew. Die spielt auch wieder mit. Pew. Spielt die im neuen Star Wars Film auch wieder mit oder ist die gestorben? Nee, die ist nicht gestorben. Sie ist tot. Ach, sie hat ja das Schiff in den Schiff. Ich glaube, sie hat das Schiff aufflogen, ja. Ich glaube, da ist sie vielleicht gestorben. Vielleicht auch. Sie hat sich vorher rausgebeamt. Ja. Schrotti hat mich dreimal gebeamt gestern Nacht. Es war fantastisch. Ich muss mich mal über eBay Kleinanzeigen aufregen, bevor wir anfangen. Bevor wir aufnehmen? Nee, bevor wir anfangen. Ich nehme ja schon auf. Okay. Sehr gut. Warum? Siehst du wieder fahren? Rant an. Ich könnte kotzen, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen was einstelle, wo ich schon sowieso nur 50 Prozent des Preises hinschreibe, was andere Leute da reingestellt haben. Dann klicke ich noch das Häkchen an oder ab Vereinbarung, sodass es keinen Handelscheiß gibt. Und ich werde nur von Anfragen zugeballert. Kann man da noch was machen? Was lässt der Preis? Was lässt der Preis? Wenn ich einen für 30 würde ich es nehmen. Fickt euch. Dann verbrenne ich die Bücher lieber. Schon wieder? Ich habe ja überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, das ist aber irgendwie kein angemessener Preis oder so, den du da eingestellt hast, weil das ist 50 Mal in dem Ding hier drin und für die Hälfte. Aber dieses einfach nur, weil es geht, zu sagen, ich will es aber für die Hälfte haben, wie du es eingestellt hast. Dann stellst du doch für das Doppelte rein. Das mache ich demnächst. Das hätte ich wahrscheinlich auch auf 100 Euro stellen sollen. Da hätten sie wahrscheinlich gesagt, für 50 würde ich es nehmen. Und dann sagst du, hm, weiß ich noch nicht. Also was du sagst, passt sehr gut zu jeder anderen Geschichte, die ich über eBay Kleinern sage. Ja, Tatsache. Aber ich habe immerhin erfolgreich meine sieben Harry Potter Bücher verkauft. Aha. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ist das eine Komplettsammlung oder wie viele gibt es? Ja, alle sieben. Sieben. Und die kosten neu bestimmt 160 Euro, habe ich glaube ich geguckt auf Amazon. Und es waren gebundene Bücher und tipptopp einmal gelesen, keine Knicke in den Seiten oder so. Ah, die großen, fetten Bücher halt. Genau. Dann wolltest du nichts mehr im Preis machen. Ja, Schweinerei, gell? Ne, wirklich. Da hätte eins hat wahrscheinlich neu zwischen 20 und 30 Euro gekostet. Ja, aber neu. Ja. Und das ist wie neu. Nein. Doch. Außerdem gibt es diese Edition nicht mehr, das ist nämlich die Ursprungsedition von dem einen Band. Ach, die haben sie rausgenommen, weil die schlecht ist. Antiquaritat hätte ich das. Hättest du noch was runternehmen. Ja, ich hätte vielleicht 150 Euro ansetzen sollen. So. Aber du verstehst das Prinzip nicht. Ich habe noch eine zweite Story. Ich habe auch meinen Heimtrainer verkauft. Ich hatte so ein Fahrrad lange Jahre hier drin stehen und habe den auch am Anfang zwei Wochen lang benutzt. Und auch den wollte ich vor dem Umzug jetzt verkaufen. Habe ich auch für 50 Euro reingesetzt. Ja. Habe ich dann für 20 verkauft, weil ich da mir gedacht habe, scheißegal. Altmetall, dann Hauptsache das Drecksding ist weg und ich muss es nicht zum Altmetall fahren. Und dann kommt irgendwie dieser Typ an, der mich auf um 30 Euro runtergehandelt hat und hat es nicht mal passend. Dann gibt er mir 50 Euro und ich kann es nicht rausgeben. Stimmt so. Ja. Hätte er eigentlich sagen können. Ja, schön. Hätte er jetzt dann überwiesen. Das war mir auch okay. Wurde egal. Ich träume ja davon, wenn ich umziehe hier einfach hinter mir alles großflächig mit Benzin einzudünsten, ein Streichholz fallen zu lassen und rauszugehen. Das ist dein Plan. Meinst du, du kriegst dann die Provision zurück? Ich glaube, das ist ein bisschen unpraktisch, weil hier noch mehr Leute im Haus wohnen. Ach. Also ich sage es mal so. Wenn ich das machen dürfte, meine Kaution würde ich dafür. Einfach nur für das Gefühl würde ich auf meine Kaution verzichten. Ich überlege jetzt noch, ob ich noch was über Ebay Kleinanzeigen verkaufe oder ob ich es gleich wegwerfe. Aber selbst 20 Euro ist besser als weggeworfen. Also es geht eigentlich schon immer ganz gut weg. Ich habe noch nie was nicht losbekommen. Also alleine schon dafür, dass halt jemand kommt und dir den Scheiß abnimmt und du dich nicht selber um die Erzeugung kümmern. Genau. Ich habe gestern eine Palette weggebracht, hat 11 Euro gekostet, weil der Sperrmüll nimmt die nicht mit. Eigentlich hätte ich sagen sollen, das ist Möbel, weil es gibt doch solche Palettenmöbel, wo man so mal Platzen drauflegt oder so. Aber 11 Euro für eine Palette? War schon ziemlich viel. Eigentlich, ja, aber die sind eigentlich recht teurer. Das war keine Euro Palette. Ich habe die zum Sperrholz gebracht. Das war eine 11 Euro Palette. Ja, genau. Ach so. Das hat jetzt gedauert. Guck mal, war der gar nicht so kompliziert. Ja, doch. Ach, ich habe keinen Dö-Dö-Dö-Dö-Sound-Effekt. Ich habe nur... Ja, das ist für mich. Und es ist ja auch jetzt eigentlich viel zu spät. Du kannst das ja in die richtige Stelle schneiden. Ah. Ist ein bisschen zu lang, oder? Das muss mir auch... Ein bisschen. Ja. Ja, ich bin aggressiv. Vielleicht so. Das ist... Hier steht nämlich Drama kurz. Na ja. Nein. Auch zu lang. Auch zu lang. Dann brauche ich Drama lang gar nicht auszuprobieren. Ach, wir können mal... Habt ihr auch mitbekommen, dass Facebook sich umbenennt? Nee. Was? In? Ja. Facebook benennt sich ab jetzt um in... Facebook! Hä? Naja, sie schreiben sich ab jetzt komplett in Großbuchstaben. Ah, sind sie doch schon, oder nicht? Nein. Nicht? Okay. Anscheinend nicht. Das Internet sagt nein. Okay. Aber das war kein guter Witz. Oder war das kein Witz? Das ist ja auch gar kein Witz. Okay. Ich dachte, du wolltest einen Witz machen, weil Großbuchstaben für Schreien steht. Ja, na ja, ich wusste jetzt nicht so recht, das ist das Einzige, was mir auf die Schnelle eingefallen ist. Wenn ich das in einem Audio-Medium irgendwie transportieren kann, das ist ein Unterschied. Okay. Aber ich dachte, das sollte ein Witz sein, deswegen. Nein. Nein. Ich dachte, weil man sich zwar so anschreit, wäre das egal. Du weißt, was ich meine. Aus Erzählungen weiß ich das, ja. Ja, das ist ja interessant. Ich gehe immer auf Facebook, wenn ich unsere neue Episode poste. Aha. Und dann gehe ich wieder runter. Ich habe auch extra ein Plugin in Firefox installiert, damit Facebook nur in diesem Plugin läuft und nicht auf irgendwas zugreifen kann. Nicht sonst irgendwas. Aha. Ich höre einen Krankenwagen und ich höre einen Timer. Ich muss kurz was aus dem Kühlschrank holen. Was hat man denn für Dinge mit einem Timer im Kühlschrank? Keine Ahnung. Bier. Das Produkt läuft in zwei Minuten ab. Bitte trinken Sie es jetzt. Oh nein, wie schnell. Das Bier hat in genau 37 Minuten und 28 Sekunden die optimale Trinkqualität. Zehn Sekunden später und es ist ruiniert. Du kippst es einfach weg. Also ich kenne das ja nur mit Ofen. Und ist auch wieder da. Was ist denn mit Timer im Kühlschrank? Ich habe eine Clubmate im Eisfach gelegt. Lege lieb. Ah, Eisfach. In meinem Eisfach lag eine Clubmate. Eisfach verstehe ich. Und Clubmate gibt echt fiese Splitter und geht kaputt, wenn man die einfriert. Die Flaschen sind ausglaubt. Ja, ja, Clubmate ist fies. Ja. Aber die explodiert wirklich so richtig. Nicht nur, dass irgendwie manchmal geht ja der Boden ab oder so. Einfach von der Bierflasche. Aber die sieht hinterher aus, als wäre eine Handgranate drin gewesen. Das ist ja auch kein Bier. Ist ja fies. Fies, ja. Kein Bier. Ich habe auch nur noch zwei. Ah, ich würde jetzt, es lohnt sich eigentlich auch nicht mehr nochmal neue zu kaufen. Mache ich auch nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Da muss ich ja mal noch mit umziehen. Ja. Ja, natürlich. Es ist schon sehr anstrengend, meinen Whisky-Vorrat wegzubekommen in der Zeit. Niemand stellt Pfandflaschen einfach irgendwo in der Öffentlichkeit ab. Wie? Ja, ich muss ja die vollen mit umziehen. Wenn der Kasten noch halb voll ist. Darum geht es mir ja. Deswegen kaufe ich mir jetzt nur noch einzelne Bierflaschen. Keine Clubmate. Ja, ja, ja. Du fährst dann mit dem Auto zum Supermarkt, steigst aus, holst dir eine Fleische Bier. Genau. Trinkst die auf dem Weg zum Auto. Und ärgerst dich. Und gebst die dann wieder ab, um den Pfand zu kassieren. Genau. Sehr gut. Genau so mache ich das. Genau so. Habe ich überhaupt schon aufgenommen? Stimmt. Wir haben ja eigentlich verstanden. Ich hoffe es. Ich habe schon aufgenommen. Sehr gut. Rant Ende. Jetzt erst? Ja. Scheiß Ebay-Kleinerzeige. Genau. Fick die Hände. Scheiß Ebay-Kleinerzeige. Ja. 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 Vielen Dank.